Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Schlag den Rat, live aus Köln, und hier ist Ihr Spielleiter, Steven Gädchen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, vielen Dank und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schlag den Rat. Stefan Raab ist zurück und mit seinem Sieg in der vergangenen Sendung konnte er den drohenden Niederlagen-Hat-Trick endlich abwenden und damit sind heute eine Million Euro im Jackpot. Ein hübsches Sümmchen, ein ordentliches Urlaubsgeld, das einer unserer fünf Kandidaten heute gewinnen könnte. Und wie immer entscheiden Sie zu Hause, welcher Kandidat das sein soll. Aber zuallererst kommen wir zu dem Mann, der heute Abend richtig Bock auf Gewinnen hat. Viele Bezeichnungen treffen auf ihn zu. Superstar, Multitalent, aber nichts trifft es so wie Ladykiller. Und das gilt vor allem für diese Show. Auch die fünfte Frau bekam wieder eine Klatsche und gleichzeitig war es eine erneute Ohrfeige für alle anderen Frauen in unserem Land. Außerhalb der Wettbewerbe ist er allerdings ein Gentleman der alten Schule, der all seine zwölf Frauen auf Händen trägt und dem nur selten die Hand ausrutscht. Seine Affinität zur Weiblichkeit ist sogar überdurchschnittlich ausgeprägt. Aber gerade das macht ihn so gefährlich, denn er verbindet die musisch-weibliche Seite mit der kraftvoll männlichen. Eine tödliche Mixtur für eine gefühlvolle Vernichtungsmaschine, die alles aus dem Weg räumt, was sich ihr entgegenstellt. Hier ist der Kampfhermaphrodit von ProSieben. Und hier ist er hier, Stefan Raab! Siegessicher schreitest du die Treppe herab. Vor drei Wochen standest du ja noch auf der Bühne vom Eurovision Song Contest. Abgehakt? Ja, das ist immer, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Also ich halte nicht davon, sich länger mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Es muss ja weitergehen. Da hast du recht. Das war eine Kleinigkeit. Bist du denn volles Luft? Heute topfit? Absolut. Ich bin so fit und so aggressiv wie selten zuvor. Die Sommerpause steht vor der Tür und ich möchte jetzt noch mal eine richtige Klatsche verteilen. Also hast du dich ganz speziell vorbereitet heute? Ja, wie immer. Also ich komme ja eigentlich immer in Straßenform. Ich bin immer vorbereitet. Du kannst mich nachts um drei aus dem Bett schmeißen und sagen, ich fang an. Kein Problem. Wir wollen mal schauen, wie aufgeweckt unsere Kandidaten sind. Servus. Hi. Tobias, bist du jetzt nervöser als da oben? Nö. Alles ganz entspannt. Pusht schon ein bisschen. Pusht. Also das Adrenalin pumpt. Hier siehst du einen völlig entspannten Menschen. Auf der anderen Seite Tobias, sehr aufgeregt. Ich erkläre euch ganz kurz nochmal, was heute Abend natürlich passiert. Wir haben 15 Spiele, die in ihrer Wertigkeit steigend sind. Das bedeutet, für das erste Spiel gibt es einen Punkt, für das zweite Spiel zwei Punkte, für das dritte Spiel drei Punkte und so weiter, dass es am Ende heißt, für das 15. Spiel 15 Punkte. Somit sind insgesamt 120 Punkte zu vergeben. Wer also als erster von euch beiden 61 Punkte erreicht hat, der gewinnt die Show. So. Wir zeigen euch das Ganze nochmal an einem Beispiel. Ihnen auch zu Hause. Sagen wir jetzt mal, der Kandidat in diesem Fall, Tobias und Stefan gewinnen immer abwechselnd Spiele. Dann steht es zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich nach mehreren Spielen, die wir gespielt haben. Ja, genießen Sie das mal. So wird es nachher auch sein. So. Nach Spiel 13. 49 zu 42. So könnte es nachher stehen. Das bedeutet, das kommende Spiel, Nummer 14, wäre ein sogenanntes Match-Beispiel, weil damit dann eine Punktezahl erreicht werden würde, die über 60 liegt, beziehungsweise über 61 oder 61. Und das würde dann heißen, dass du das Spiel gewonnen hättest oder in dem Fall Steffen. Und damit auch die komplette Show. Und ich würde mal sagen, wir setzen uns einfach mal hin. Kommt mit. Meine Damen und Herren, bei einer solchen Show ist es natürlich ganz wichtig, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und deshalb haben wir auch heute wieder mit dabei, The Brain, unseren Notar Dr. Richard Böhr. Und den kann ich hier direkt anrufen mit meinem roten Telefon. Hallo, Herr Dr. Böhr. Hallo und schönen guten Abend, der Gätschen. Da ist er. Ein riesen Applaus für Herrn Dr. Böhr, bitte. Vielen Dank. Herr Dr. Böhr, Ihnen geht es gut da oben? Ist es warm, kalt? Es ist perfekt. Es lässt sich gut aushalten. Wunderbar. Wenn irgendwas ist, melden Sie sich über dieses Telefon. Ich hoffe nicht. Ansonsten hoffe ich, dass Sie eine gute oder eine schlechte Antwort für uns haben. Auf jeden Fall allen, die uns wartet. Vielen Dank, Herr Dr. Böhr. Und der Kommentator des heutigen Abends, The Voice, es ist Frank Buschmann. Ja, wunderschönen guten Abend auch hier oben aus der Kommentatorenkabine. Und gleich mal vorneweg ein Tipp an Tobias. Nicht eilenlullen lassen von Stefan, wenn der sich da hinstellt, ich bin ganz cool, ich bin tiefenentspannt. Du musst in seinen Kopf rein, dass er sich mit dir beschäftigt. Dann wird er irgendwann fickerig, dann wird er nervös und dann hast du eine Chance auf die Millionen. Das mal als kleiner Tipp vorneweg. Schönen guten Abend, Stefan Raab. Vielen Dank, Frank Buschmann. Und ich will natürlich nochmal ganz kurz wissen, wer heute Abend den Tobias unterstützt. Du bist? Die Ina, ich bin die Freundin. Du bist die Freundin? Ja. Ina, was für Macken hat denn Tobias, worauf müssen wir achten? Gar keine natürlich. Ja, das musst du natürlich sagen. Hat er sich überhaupt vorgebereitet? Sehr gut. Ja? Also du bist absolut davon überzeugt, er kommt mit einer Million nach Hause. Klar. Und was kriegst du dann? Hauptsache gehört. Achso, ja, du kriegst ganz viel. Eine Südamerika-Reise per Rad. Genau. Wer ist das? Ach du bist der Bruder? Ich bin der Bruder, ja. Ach ja, du bist der, der den Bierkrug fallen lassen hat. Ja, was heißt fallen lassen? Ich habe es probiert, aber Tobi war zu stark. Keine Chance. Und du bist die Schwester? Ich bin die Schwester, genau. Und du hast ihn angemeldet? Ja genau, ich habe ihn angemeldet. Warum? Weil ich mir dachte, wenn es einer schafft, dann er Tobi, ne? Wunderbar. Habt ihr euch denn vielleicht irgend so ein Ritual ausgedacht, wenn er mal durchhängen sollte? Steht ihr dann auf? Jubelt ihr? Gibt es irgendwas? Einen Anforderungsruf? Der Tobi hängt nicht durch. Der Tobi hängt nicht durch. Okay, er macht das klar. Wunderbar. Also, du hast auf jeden Fall die Rückendeckung von der Familie. Schön, dass ihr da seid. Applaus Achso, ihr wollt nochmal ein Shake Hands machen. Nochmal? Gerne, gerne. Natürlich. Wir werden noch viel Shake Hands machen heute Abend. Das könnt ihr auf jeden Fall. Der Kampf um eine Million Euro beginnt und zwar jetzt. Unser erstes Spiel nennt sich die Brezel. Und da wird es gerade aufgebaut. Aber bitte nicht essen. Doch. Nee. Könnt ihr. Ich steh auf Brezel. Was, was, was? Nein. Ich zeig euch das jetzt. Also. Guckt euch das mal an. Kommen wir hier mit rüber, Stefan? Nee, kommen wir hier mit rüber. Ich zeig euch das erstmal. Also. Hier seht ihr eine Brezel. Wir wollen am Ende dieses Ergebnis haben. Ihr müsst bitte versuchen, das Mittelstück aus dieser Brezel herauszutrennen. Wer das schafft, legt die fertige Brezel in dieses Karree und haut auf die Glocke und dann schauen wir uns das Ganze an. Du kannst die hinlegen, wo du willst. Wie, 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 wie? Nach einer Brezel schon? Ja, wenn du das nach einer Brezel schaffst, ja. Aber du darfst so viele Brezeln probieren, noch nicht anfangen. Moment, ist das so schwer oder was? Das ist relativ schwer. Moment, ich brauche nur eine Brezel so hinzukriegen wie die, dann bin ich fertig? Das ist das Spiel. Das ganze Spiel. Sie darf nicht kaputt gehen, hört mir nochmal zu. Ihr seid aber viel zu aufgeregt. Hört mir nochmal ganz zu. Also. Das soll das Ergebnis sein. Ihr dürft keine technischen Hilfsmittel verwenden. Das heißt keine Tischkante, keine Glocke, keine Uhr, kein Reißverschluss. Nur mit den Fingern, mit den Händen, vielleicht mit den Zehen, mit der Nase, mit dem Mund. Ich darf jetzt hingehen und darf das hier in der Mitte so rausbrechen? Genau, aber du sollst es jetzt ja noch nicht probieren. Mit den Fingern? Genau, mit den Fingern. Oder du fassst immer was. Ja, soll das so schwer sein? Ja, schau es doch. Wenn das so einfach ist, dann gewinnst du das Spiel. Oder es sind so Spaßbrezel, die immer direkt, wenn man sie anpackt, komplett zerbrechen. Du darfst die fertigen nochmal sehen. So, jetzt habe ich es relativ klar und deutlich erklärt. Wie, wenn ich eine Brezel so habe? Eine Brezel, das ist das Ergebnis. Stefan, so. Du gehst an deinen Tisch. Ich merke schon. Nein, nein, nein. Da ziehst du doch mal meine Jacke aus. Ja. Was soll ich mir denn so stellen? An der Seite? Oder hier? Können wir da stehen? Oder? Du stehst bitte hier. Stefan steht hinter diesem Tisch. Und ich leg die dann einfach da rein und das war's. Genau, du legst die da rein, drückst auf die Glocke und dann gucke ich mir das an. Und wenn es funktioniert hat und die Brezel nicht kaputt gebrochen wurde, hast du das Spiel gewonnen. Wie genau muss die denn so sein? Das Mittelstück muss rausgetrennt sein. Ja, aber bist du da jetzt kleinlich und sagst hier, wenn da also... Nein. Ich bin nicht kleinlich, aber das Mittelstück muss rausgetrennt sein. Ja. So. Stellt ihr euch die Schüsseln hin. Auf mein Kommando. Also das noch nicht anfassen vorher. Noch nicht anfassen. Ich meine, die Brezel sind ja nicht alle gleich. Stefan, es reicht. Auf mein Kommando geht's los. Das erste Spiel bitte. Lalalalalala. So, Hände raus. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, das muss ja jetzt schon fertig sein. Bei Raab haben wir schon gesehen, die erste Brezel ist gebrochen. Das ist tatsächlich nicht so... Ja. Man sollte nachdenken, bevor man spricht. Jetzt ist er die. Das war so nicht abgemacht. Also nochmal, die Außenhülle, der Außenring besser gesagt, muss unbeschädigt bleiben. Und wir sehen mal, in der Theorie scheint das doch einfacher zu sein, als in der Praxis. Eider Daus. So, jetzt die Klopftaktik. Wieder zerbröselt. Tobias ist die Alle. Der ist die Alle da, unser Kandidat. Ja. Da sehen wir jetzt bei Tobias zu. Was macht Stefan? Ja. Ne? Nur eine. Wäre schön, überhaupt eine. Also nochmal, für alle, die sich später zuschalten. Das, was innen ist, das muss raus. Der äußere Ring alleine muss übrig bleiben. Jetzt kratzt das ein bisschen weg hier. Wir sind bei Stefan Raab, ja. Ja. Mhm. Das ist filigran. Tobias hat da auch schon, da kann er die Enten mitfüttern, was er da auf dem Tisch liegen hat. So. Ja, das sieht auch ganz gut aus jetzt. Jetzt sind wir bei Tobias. Der muss die Glocke bimmeln. Stopp. Ja. Oh, das. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist die Brezel von Tobias. Scheiße. Und das ist absolut korrekt. Damit hat Tobias das erste Spiel gewonnen und wir schauen uns den Punktbestand an nach Spiel Nummer eins. Stefan, ich zitiere noch einmal. Nur reingefügelt. Ja, ja, ja. Ich war bei einer auch schon fast so weit, da war der erste Strahl, der erste, das erste Ding schon weg. Ich hab's versucht weich zu lutschen. Also steht eins zu null für Tobias nach Spiel Nummer eins. Stefan, ich zitiere noch einmal. Was? Nur eine Brezel? Ja, ich musste hier erstmal anfassen, um zu sehen, dass die total vertrocknet waren, die Teile. Stimmt. Normalerweise gibt's ja auch so Brezeln, die so ein bisschen weicher sind, die kann man einfach so rauskniepeln. Genau. Das wäre dann natürlich viel einfacher geworden, ne? Ja. Gut. Wir kommen zu Spiel Nummer zwei. Wir können euch gleich direkt wieder hinsetzen, denn Stimmt spielen wir hier am Pult. Ihr werdet gleich mit einer Behauptung konfrontiert. Innerhalb von fünf Sekunden könnt ihr entscheiden, nachdem ich gefragt habe, stimmt's? Ja, sie stimmt oder nein, sie stimmt nicht. Wer zuerst vier falsche Antworten gegeben hat, bekommt vier Kreuze dementsprechend. Das bedeutet, er hat dieses Spiel verloren. Für jede falsche Antwort gibt es also ein Kreuz. Okay? Sehen wir die Frage hier? Ihr seht das da? Und dann müsst ihr euch bitte einloggen mit Ja, es stimmt oder Nein, es stimmt nicht. Wir machen das Ganze nochmal ein bisschen klarer an einem Beispiel. Schaut auf eure Monitore. Die Frage. Lothar Matthäus ist zum 42. Mal verheiratet. Stimmt's? Ich sag ja. Gut, beide sagen ja, das ist natürlich Wunschdenken. In diesem Fall ist es natürlich falsch, es stimmt nicht. Die echte Zahl liegt deutlich unter 30. Solltet ihr beide natürlich recht haben mit eurer Antwort, gibt es gar kein Kreuz. Gut. Okay? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Fünf Sekunden oder was? Wie viele fünf Sekunden? In den fünf Sekunden müssen wir beide antworten. Ihr müsst in den fünf Sekunden antworten. Solltest du nicht antworten, wäre das ein Kreuz. Alles klar. Gut. Spiel zwei beginnt jetzt. Angela Merkel ist zum zweiten Mal verheiratet. Stimmt's? Stefan sagt ja. Tobias sagt nein. Stefan hat recht. Es stimmt. Und somit geht das erste Kreuz an Tobias. Hier kommt die nächste Behauptung. 100 Kopeken sind ein Rubel. Stimmt's? Beide sagen ja und beide haben recht. Also kein Kreuz. Wir machen weiter. Männliche Bienen haben keinen Stachel. Stimmt's? Stefan sagt nein. Tobias sagt ja. In diesem Fall hat Tobias recht. Das bedeutet das erste Kreuz für Stefan. Eins zu eins. Weiter geht's. Die Serie King of Queens spielt in Chicago. Stimmt's? Beide sagen ja. Beide liegen damit falsch. Denn die Serie King of Queens spielt im New Yorker Stadtteil Queens. Damit bekommt ihr beide ein Kreuz. Ah! Jetzt verstehe ich. Ja, sehr gut. 2 zu 2. Hört sich aber gut an. Wir machen weiter. Felix Magath war mal Trainer von Werder Bremen. 1998 bis 1999. Stimmt's? Stefan sagt nein. Tobias sagt ja. In diesem Fall hat Tobias recht. Ja, es stimmt. Felix Magath war Trainer von Werder Bremen 1998 bis 1999. Damit könnte das jetzt ein Matchpoint sein. Drei Kreuze bei Stefan. Zwei bei Tobias. Hier kommt die nächste Behauptung. Ein Polygon ist rund. Stimmt's? Beide sagen nein. Und beide haben recht. Das stimmt nicht. Ein Polygon ist ein Vieleck. Hier kommt die nächste Behauptung. Goethe wurde früher geboren als Schiller. Stimmt's? Beide sagen ja. Und beide haben wieder recht. Goethe wurde zehn Jahre vor Schiller geboren. 1749. Weiter geht's. Elvis Presley hatte in Deutschland nie eine Nummer 1 Hit. Stimmt's? Stefan sagt ja. Tobias sagt nein. Tobias sagt nein. Tobias hat recht. Stefan, vielleicht nochmal für dich. Hä? Für dich nochmal. Elvis Presley hatte einen einzigen Nummer 1 Hit in The Ghetto. Ich wusste, dass das irgendwie ganz, ganz, ganz wenig war. Damit hat Tobias das Spiel gewonnen und wir schauen uns den Punktestand gemeinsam an. 3 zu 0 für Tobias. Und so sieht unser nächstes Spiel aus. Es heißt Speed Badminton und das spielen wir gleich. Herzlich willkommen zurück bei Schlag den Rad. Heute ab geht es um eine Million Euro. Und unser Kandidat, Tobias, liegt 3 zu 0 in Führung. Und wir sehen das Spiel Nr. 3. Speed Badminton ist bereits aufgebaut worden, während sich Stefan ein bisschen warm macht. Stell ich Ihnen unseren Schiedsrichter des heutigen Tages vor. Das ist Daniel. Er kommt von der International Speed Badminton Organization. Herzlich willkommen. Hallo. Tobias und Stefan, ich erkläre euch jetzt einmal die Regeln. Ihr müsst den sogenannten Speeder, das ist der hier, in das Feld des Gegners schlagen. Und Daniel sagt euch jetzt, wann ihr punktet und wann nicht. Also passt auf, ihr seht ja hier zwei Quadrate. Ja. Der Ball, der Speeder muss immer innerhalb des Quadrates aufkommen. Irgendwo. Irgendwo. Das ist ganz egal. Ein Satz geht bis 16 Punkte. Jeder Punkt zählt. Bei 15 beide, zwei Punkte Unterschied. Aufschlag habt ihr immer drei im Block, dann wechselt der Aufschlag. Das sage ich aber an. Da gibt es das Zeichen, sage ich euch an. Und Aufschlag muss vorher hinter der Linie sein? Das sage ich gleich noch. Bis 16 Punkte. Bis 16 Punkte. Wir spielen einen Satz, normalerweise mehr. Also ich darf dann aber zurückschlagen, ne? Na klar. Also es geht immer hin und her, bis der Ball, der muss aber immer da hinten irgendwie... Der muss immer ins Quadrat rein. Stefan, hörst du nochmal ganz kurz an, Daniel erklärt das? Genau. Noch ganz wichtiger Hinweis, die Linie gehört zum Spielfeld. Das heißt, wenn der Speeder auf die Linie fällt, ist das in. Wir sprechen über die gelbe Linie. Es reicht nicht, wenn der Ball auf dem blauen Laminat liegt. Ganz genau. Innerhalb des gelben Felds. Richtig, die weiße Linie, das ist die Aufschlaglinie. Ihr müsst Aufschlag hinter dieser Linie machen. Okay. Wenn ihr mit irgendeinem Teil des Fußes übertretet, ist das Fehler. Sofortiger Punktverlust. Der Ball muss aber beim Aufschlag, also der kann vor oder hinter die Linie? Der kann... Theoretisch. Ihr müsst nur stehen. Ihr dürft auch, sobald ihr einen Aufschlag gemacht habt, rausgehen aus diesem Quadrat. Nur der Speeder muss immer ins Quadrat fallen. Stefan, hör nochmal ganz kurz zu. Und es gibt kein Netz oder was? Nein, das ist ja das Tolle. Aber ich meine, wenn der Speeder nach dem Aufschlag... Ich mache einen Aufschlag und der kommt vor der weißen Linie an. Dann ist er aus. Nein, nein. Und Zelda, oder? Nein, nein. Das ist nicht das Aufschlagfeld, wo der Speeder auftreffen muss, sondern ihr müsst nur in dieser Zone stehen, um aufzuschlagen. Okay. Also wenn ich sehe, der Speeder erreicht mein Feld nicht, dann lasse ich ihn einfach hier runterfallen und dann kriege ich einen Punkt. Genau. Ganz genau so ist das, was wir tun. Okay. Wie beim Badminton ohne Netz. Da muss man aber erstmal ein Gefühl finden, oder? Ja, ihr müsst direkt loslegen. Nein, dürft ihr nicht. Kein Beispiel. Aber wir sagen euch nochmal eine Sache, die ist ganz wichtig für den Aufschlag. Den dürft ihr nur von unten machen. Nicht von oben. Also Aufschlag wird von unten gemacht. Hinter der weißen Linie, in dem Feld, danach dürft ihr hin und her laufen, soviel ihr wollt. Daniel hat euch das Ganze erklärt. Also ein Probeaufschlag? Gibt's nicht. Es gibt keinen Probeaufschlag, wir fangen sofort an. Was passiert denn? Ich würde fragen, wenn ich, der Ball kommt hier irgendwie angeflogen, ich renne hin, bin mir nicht sicher, ob er ausgeht oder nicht. Nehm ihn aber, obwohl er vielleicht ausgehen würde, hier vorne. Ja, dann ist er angenommen. Dann ist er angenommen, aber es war kein Fehler. Das ist kein Fehler, solange ich ihn wieder da hinten in das Feld bekomme. Richtig. Ganz genau. Gibst du Stefan bitte seinen Schläger? Ich geb Schläger auch seinen Schläger. Und du wählst jetzt, wer mit dem Aufschlag beginnt, und zwar mit dem Speeder. Und einen Satz, oder was? Einen Satz bis 16. Ich schmeiß den Speeder hoch. Dorthin, wo die Spitze hin zeigt, der beginnt mit dem Aufschlag. Das macht man so beim Speed Badminton. Tobias, du beginnst mit dem Service. Stefan bitte nach links, Tobias nach rechts. Der Erste zählt. Wo ich stehe, ist erstmal Wurscht, oder was? Du musst ihn ja zurückhauen. Ja. Und du musst hinter die weiße Linie. Uhhh! Achtet bitte auf das Kommando von Daniel, er gibt den Ball frei. Ich geb den Aufschlag frei. Und bitte darauf achten, dass der Gegner auch bereit ist. Und Tobias, bitte aufschlagen. Okay. Stefan. Alles klar? Sehr fair, Tobias. Das muss er ablegen im Laufe des Abends, um hier eine reelle Chance zu haben. So, jetzt hochgespielt von Raab. Das hat was von Gartenfederball, was die beiden machen. Der war gut. Erster Punkt für Tobias. Punkt für Tobias. Punkt für Tobias. Er hat drei Aufschläge, dann wechselt der Aufschlag. Okay. Ja, das war ein gutes Auge von Raab, der war ein Meter im Feld. Und bitte aufschlagen. Der ist aus. Punkt Stefan. Also erste Schwäche auf der Rückhandseite bei Tobias. Die Schwierigere natürlich. Die Rückhand. Hier sehen wir es nochmal. So, Spiel läuft weiter. Aus. Was? Der war aus. Wir machen die Wiederholung. Moment, Moment, Moment. Wir haben ja da eigentlich auch einen Linienrichter. Der war aus, oder? Aber hier hundertprozentig war der aus. Stefan. Ich fordere den Videobeweis. Ich will nicht immer wiederholen, wenn er bei mir aus ist, ist er auch aus. Stefan, der Schiedsrichter stellt die Entscheidung in diesem Fall. Stefan, Tobias. Stefan bereit. Und aufschlagen. Der war aus. Scheiße. Da spielen beide sehr, sehr hoch hier. Noch mal zur Erinnerung für beide. Da ist kein Netz, wo man reinschlagen kann. Und bitte aufschlagen. Rapp mit seinem ersten Aufschlag. 2 zu 1. Für Stefan stehts natürlich. Aus. Punkt Stefan. Jetzt ist auch die Grafik für unsere Zuschauer daheim am Bildschirm wieder richtig. Vorher der Punkt gehörte natürlich auch Stefan. Wie dieser. Er führt 3 zu 1. Der ist aus. Der war eindeutig aus. Der war eindeutig aus. Der ist auf einmal aus. Der war aus. Der war aus. Das hast du aber gesehen. Ich hab das gesehen. Der war aber auch einen Meter zu kurz hier. Und dann springt er ins Feld. 2-3. Ich sehe alles. 2-3. Rapp führt 3 zu 2. Hat noch einen Aufschlag. Aus. Aus. Aufschlag, Wechsel. Im Moment profitiert Stefan Rapp von der Ungenauigkeit im Spiel von Tobias, der viele, viele Fehler macht bisher. Der war gut. Der war auf der Linie und das heißt 5 zu 2 Raab. Aus. Habe ich noch ein? 5 zu Dias. Es ist erstaunlich, dass Raab an dieser Stelle nicht diskutiert, ob er nicht doch gut gewesen sei, aber der war zu kurz. Aus. Wieder zu lang. 6 zu 3 für Raab. Jetzt werden die Seiten gewechselt, weil es hier unterschiedliche Lichteinflüsse im Studio geben könnte. Damit es für beide gleich ist, wird nach 9 Punkten die Seite gewechselt. Leute, ihr habt noch Kameras hier, da könnt ihr doch mal einen Videobeweis machen, wenn der bei da ist. Ja, nicht. Aber den fordert in dieser Sendung, wenn, dann immer noch der Schiedsrichter. Aufschlag, Raab. 6 zu 3 vorn. Der ist aus. Punkt, Tobias. 6 zu 4. Klar, links im Aus. Oh, da hat er lange gezögert, ob er den nimmt und dann schiebt er ihn selbst ins Aus. Da war er sich nicht sicher, ob der Aufschlag von Raab ins Feld kommt und dann hat er kurz gezögert und das ist eben die Zehntelsekunde, die fehlt. 7 zu 4. 7 zu 4 für Raab. Aus. Punkt, Tobias. Gut über die Rückhandseite angegriffen oder Druck gemacht, sagen wir es mal so. 7 zu 5 Raab. Also 5 zu 7 aus Sicht von Tobias. Aus. Punkt, Stefan. Super. Ja, viele Bälle sind lang von Tobias. Auch der hier, ja, 30 Zentimeter zu weit. Aus. Punkt, Tobias. Also beide haben auf der Rückhandseite ihre Schwächen. 6 zu 8. Tobias gegen Stefan Raab. Aus. Punkt, Stefan. Immer nach dem gleichen Muster. Aufschlag wechselt. Aufschlag wechselt. Klar im Aus. Immer wieder diese Fehler. Er muss sicherer werden. Aufschlag wechseln, nicht Seitenwechsel. Nach 9 gespielten Punkten. 9 plus 6 ist 15. Ja, vielleicht braucht er auch schon ein bisschen Luft wieder. Und das war ganz bewusst gemacht. Aus. Punkt, Tobias. 9 zu 7. Die Führung für Stefan Raab. Wer zuerst 16 Punkte hat, bei 2 Minimum Vorsprung, gewinnt Speed Badminton. Aus. Punkt, Stefan. Die Assistentin hatte es auch sofort angezeigt. War zu lang, der Ball. Erneut diesmal knapp. Aber im Aus. 10-7 Raab. Aus. Punkt, Tobias. Ausschlag wechseln und Seitenwechsel, bitte. Stefan McEnroe zerschlägt fast den Schläger. Die sind recht robust. Die ähneln so Kinder-Squash-Schlägern, kleinen verkürzten Squash-Schlägern. Jetzt überprüft er gerade nochmal, ob er den demoliert hat, ob der Rahmen noch in Ordnung ist. Aber das sieht so aus, Stefan, als sei das Ding noch in Ordnung. 8 zu 10 aus Sicht von Tobias. Stopp. Aufschlagfehler. Punkt, Stefan. Oh, und dann ist es eine Unkonzentriertheit in Gottes Namen, den Verschenkter. Aus. Aus. Punkt, Stefan. Ja, klar, im Aus. Er guckt den fast aus, der Raab. Aus. Aus. Punkt, Stefan. Aufschlagwechsel, bitte. Ja, das muss sich Tobias an die eigene gut trainierte Brust heften. Er macht viel zu viele Fehler. Raab muss nur auf diese Fehler warten. Wie viel brauche ich? 16. 16. Noch 3 theoretisch. 13 zu 8, die Führung für Stefan Raab. 3 Punkte noch. Er ist einfach sicherer. Da! Das war gut. Ah, scheiße. Punkt, Tobias. Der Buschmann hat da nichts mit dem Schläger zu tun. Sorry. Der Buschmann hat gesagt, die halten was aus, die Schläger. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das eben gehört. Sorry. So, wir haben natürlich Ersatz. Wir wissen ja, wer hier zu Hause ist. Von daher ist das kein Problem. 13 zu 9, die Führung für Stefan Raab. Er braucht noch drei Punkte. Oder erleben wir die Aufholjagd des Mannes, der ja heute eine Million Euro gewinnen kann. Er hat das Publikum auf seiner Seite. Raab bezieht den Applaus natürlich auf sich. Das liegt in seinem Naturell. Noch zwei Aufschläge. Hinweis, kein Schläger mehr zertrümmern. Das passiert so. Aus keiner Absicht. Aus. Was? Punkt, Tobias. Also man mag den Eindruck haben, dass Stefan immer noch glaubt, es ist entscheidend, wo der Ball liegen bleibt. Aber wo er aufkommt, zählt. Und der war deutlich zu kurz. 13 zu 10, Raab gegen Tobias. Aber Tobias ist noch drin im Geschäft hier. Nein! Wieder ist aus. Punkt, Tobias. Nimmt den einfach zu weit oben. Hätte ihn fallen lassen können und von unten nach oben spielen. 11 zu 13. Es ist ein enges Match. Nein! Das war gut. Punkt, Tobias. Und jetzt wird es ganz, ganz eng. 13 zu 8. Das war Raab vorn. Jetzt nur noch 13 zu 12. Klar im Feld. So, und jetzt ist es eine Nervengeschichte. Er ist weg. Aus. Punkt, Stefan. Und jetzt wieder dieser Fehler. Raab fehlen zwei Punkte. Tobias beim Aufschlag. 12 zu 14. 12 zu 14. Er ist ja rangekommen. Ja! Der war gut. Der ist gut. Ja, ja. Der war im Feld. Und das heißt Matchbälle für Stefan Raab. Ja klar im Feld hier. Und der Seitewechsel. 27 Punkte gespielt. Und Raab hat Matchbälle. Die Chance für ihn, das erste Spiel in dieser Ausgabe von Schlag den Raab zu machen. Das ist der demolierte Schläger. Und Raab hat es jetzt in der Hand. Bei eigenem Aufschlag. 15 zu 12. Okay. Ein. Nein. Aus. Punkt, Tobias. Ja, da hat man deutlich gesehen, dass er einfach zu lange gezögert hat. Weil er spekuliert hat, könnte der seitlich ins Ausgehen. Und dann fehlen ihm diese 1-2 Sekunden. 15 zu 13 Raab. Zwei Matchbälle noch. Beide vorsichtig jetzt. Wer macht den Fehler? Wer knickt ein? Ja! Der beste Ball. Der beste Ball für den Sieg für Stefan Raab beim Spielball. Stefan hat gewonnen. Spiel Nr. 3. Speed Badminton. Und das heißt für unseren Punktestand folgendes. Wir schauen uns nochmal den letzten Ballwechsel an. Den alles entscheidenden. Stefan, schau mal. Ja, ich habe es schon gesehen. Und da hast du gutes Auge bewiesen. Und jetzt gibt es den Punktestand für Sie. Danke. Das bedeutet, mit Spiel 3 gleicht Stefan aus. Es steht 3 zu 3 zwischen Tobias und Stefan. Hier ist Spiel 4. Und hier ist Elton. Schönen guten Abend. Viel Spaß. Hallo. Moin. Hallo. Tag Chef. Hallo. Bisschen aus der Puste, was? Yes. Ja, danke, so heiße ich. Blami oder Kassieren. Die Regeln. Eigentlich ganz einfach. Ihr bekommt eine Frage von mir gestellt. Wenn ihr meint die Frage beantworten zu können, drückt ihr auf den Buzzer. Ihr habt dann 5 Sekunden Zeit die Frage zu beantworten. Ist die Antwort richtig? Gibt es einen Punkt? Ist die Antwort falsch? Oder es kommt gar keine Antwort? Bekommt der Gegner einen Punkt? Der hat wiederum die Chance, 5 Sekunden lang die Frage zu beantworten. Wenn jemand gedrückt hat, ist die Frage auch sofort aus dem Spiel. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt. Wir machen kurz einen Buzzer-Test. Stefan. Das funktioniert. Tobias. Das geht auch. Ja. Dann kannst du eigentlich losgehen. Eine Million Euro sind im Jackpot und hier kommt die erste Frage. Da wird auch dein Herz sein. Wo denn? Ja, ich sehe, ihr seid ein bisschen verwirrt. Ich formuliere es vielleicht nochmal anders. Da wird auch dein Herz sein. So lautet das Motto des diesjährigen evangelischen Kirchentages. In welcher Stadt findet er gerade statt? Münster. Münster ist falsch. Ich bin mir nicht sicher. Der Punkt geht an Stefan. Du hast noch 5 Sekunden Zeit. Drei, zwei, eins. Ich weiß, dass der Margot Käßmann ganz fett aufgetreten ist. Aber wo war das denn noch? In Dresden ist es. Dresden. Das war die Alternative. Nächste Frage. Der Sommer steht vor der Tür und ich überlege, wohin ich dieses Jahr in den Urlaub fahre. Geld tauschen nervt. Es muss also ein Euro-Land sein. Am Mittelmeer sollte es liegen und ich brauche Platz. Das Land sollte von der Fläche größer als Deutschland sein. Und bitte nicht Spanien, da war ich schon die letzten zwölf Jahre. Frankreich. Das ist richtig. Wer nur noch 2 zu 0 für Stefan. Nächste Frage. Die amerikanische Basketball-Saison ist gerade in der entscheidenden Phase. In der NBA läuft die Finalserie. Im zweiten Spiel konnten die Dallas Mavericks mit dem wieder einmal überragenden Dirk Nowitzki ihre Auftakt-Nederlage ausbügeln und nun steht es 1 zu 1. Gegen wen? Miami Heat. Stefan war eine Sekunde schneller und das ist auch richtig. Millisekunde sogar nur, aber das stimmt. 3 zu 0 für Stefan. Nächste Frage. Da ich bekanntlich meinen Urlaub dieses Jahr in Frankreich verbringe, weiß ich natürlich alles über dieses schöne Land. Deshalb weiß ich auch, dass Christine Lagarde sich gerade um einen neuen Job bemüht. Welches hohe Amt möchte sie denn in Zukunft bekleiden? Präsidentin des Internationalen Währungsfonds. Das ist auch korrekt. Wieder ein bisschen schneller. Immer sehr knapp. Nächste Frage. Von 2000 bis 2004 wurde der Chefposten des IWF von einem Deutschen besetzt. Von wem? Was ist Kühle? Das ist richtig. Erster Punkt für Tobias. 4 zu 1. Nächste Frage. Seit Donnerstag läuft die Komödie Hangover 2 in den deutschen Kinos, die den USA schon für Rekordumsätze gesorgt hat. Wie im ersten Teil erleiden die Jungs wieder einen heftigen Filmriss, diesmal in Bangkok. Durch welche Party-Metropole ehrte die Truppe im ersten Teil? Las Vegas. Jawoll! 4 zu 2. Stefan führt noch. Nächste Frage. Bundeskanzlerin Merkel hatte diese Woche Stress, weil der Iran ihr Flugzeug zunächst am Überflug gehindert hat. In welchem Land ist Merkel anschließend mit einiger Verspätung gelandet? Indien. Indien ist richtig. Punkt für Stefan. 5 zu 2. Skandal. Trotz aller Filzvorwürfe und Korruptionsgerüchte ist Sepp Latter diese Woche als FIFA-Präsident bestätigt und für vier weitere Jahre gewählt worden. Und das, obwohl er schon 13 Jahre im Amt ist. Andererseits, sein unmittelbarer Vorgänger war mit insgesamt 24 Jahren noch... Avalanche hieß der. Präsident der FIFA. Du meinst, ihn suchen wir? Ja. Das ist richtig. 6 zu 2. 1 Punkt braucht Stefan noch, dann hat er Blamieren oder Kassieren gewonnen und ich hab Feierabend. Nächste Frage. Gesucht ist der Name eines berühmten Luftfahrtpioniers. Ihr habt ihn sicher beide schon mal gehört. Mir als ausgesprochenem Frankreich-Liebhaber ist er natürlich schon seit vielen Jahren ein Begriff. Wo wir gerade bei Frankreich sind, habt ihr auch ein bisschen French Open geguckt diese Woche? Andrea Petkovic hat ja wieder super gespielt und ist dann aber leider im Viertelfinale gegen die Russin Maria Sharapova rausgeflogen. Schade. Warum sag ich das alles? Weil nach dem gesuchten, berühmten Luftfahrtpionier die French Open benannt sind. Roland Garros. Das ist richtig. Glückwunsch. Ach komm, noch andere Spiele. Vielen Dank. Sehr gerne. Elton. Ja. Riesenapplaus für die Nummer für Elton. Dankeschön. Wir schauen uns den Punktestand an. Nach Spiel 4 steht es 7 zu 3, aber wir haben noch ein paar Spielchen wie zum Beispiel Spiel Nr. 5. Kugel-Labyrinth heißt es und es wird gerade reingerollt. Tobias lacht. Stefan guckt ein wenig skeptisch. Aber gleich werden wir die Fragezeichen auflösen, denn ich zeige euch direkt am Spielgerät einmal, wie das Ganze funktioniert. So, ihr beiden, bleibt mal hier an meiner Seite stehen. Ich nehme mal die Holzkugel hier raus. Ihr müsst durch Gewichts- und Körperverlagerung diese Kugel vom Start auf dieser Seite ins Ziel bringen. Es geht um die kürzeste Zeit. Also wer es in der schnellsten Zeit vom Start ins Ziel schafft, hat dieses Spiel gewonnen. Ihr seht einige Hindernisse, das sind Löcher. Wenn die Kugel in ein Loch reinfällt, nehmen wir sie raus und setzen sie vor das Loch aus der Richtung, aus der die Kugel gekommen ist. Also, rollt sie von hier aus dahin, da rollt sie rein, packen wir sie hier wieder hin. Dann kann ich da weitermachen. Genau. Ganz, ganz wichtig ist für euch beide dabei, dass ihr, ganz kurz, hört mir nochmal zu. Ja, ja, ja. Und dann könnt ihr Fragen stellen. Ganz wichtig ist dabei, wenn wir die Kugel wieder rausholen aus dem Loch, müsst ihr selber dafür sorgen, dass das Spielfeld austariert ist, weil sonst rollt sie natürlich immer wieder in dasselbe Loch hinein. Alles klar? Ja. Also, pass auf, ich schaffe es jetzt bis hierhin, die Kugel fällt hier rein. Dann legst du die Kugel wieder hier hin. Genau. Läuft die Zeit währenddessen weiter? Die Zeit läuft die ganze Zeit weiter. Das heißt, du musst sie bei mir aber genauso schnell wieder hinlegen wie bei ihm. Absolut. Aber das Schöne ist ja, ich mach das nicht. Achso. Wir haben einen Experten, der das macht. Ein Kugelhinleger. Ja, ein Kugelhinleger. Da ist er auf unserer Seite. Ah, Kugelhinleger. Chris, schön, dass du da bist. Und der wird das absolut akkurat und perfekt machen. Ja, aber flitzeflink. Flitzeflink. Stefan, und weil du sagst flitzeflink, fängst du auch direkt an. Ah, sehr gut. Du legst vor. Sehr schön. Tobias, du kommst mit mir nach hinten. Du setzt dich bitte hierhin. Ich gehe mal davon aus, dass diese Brille hier dafür da ist, dass er mich zugucken darf. Sehr gut. Ich darf nicht zuschauen. Nein. Du darfst natürlich nicht zuschauen. Das ist schöner wert. Schade. Setzt die Brille auf. Und hier haben wir das Musikantenstadel live drauf. Hören darf ich auch nichts. Nein, natürlich nicht. Setzt die mal auf. Nein, nein, nein. Schön mal. Ich kontrolliere das doch gleich. Da kann der Dusch rucken. Das sehe ich doch schon. Danke Stefan, dass du das machst. Wenn hier oben Runzel ist, dann kann man da durchgucken. Ja, wunderbar. Aufpasst. Hier, die Kopfhörer. Einmal hier auf deinen Kopf. Du musst das mit. Du musst mir helfen drehen. Nee, du siehst ja komischerweise nichts. Drehen um in die andere Richtung, dann ist es am besten. Einmal gegengeboxt. Du bleibst da sitzen. Hallo Stefan. Ich habe noch nicht gesagt, du sagst da hoch. Achso, dann darf ich wieder runterkommen. Ja, bitte. Das ist doch ganz schön gefährlich. Das dreht sich ja auch noch auf deine Mitte. Guck mal, aber wir müssen das so machen. Ich erkläre dir das Spiel, dann sage ich, wenn du rauf gehen kannst und dann fängst du an. Ich muss ja direkt anfangen. Ich darf gar nicht. Also, jetzt darfst du rauf gehen. Und wann läuft die Zeit denn? Wenn ich die Kugel reingelegt habe, dann beginnt die Zeit. Du darfst einmal ganz kurz dich austarieren. Auweia. So. Und mach das Spielfeldfehler mal gerade. Ist es einfacher dann? Ja, ist schon so okay. So. Chris ist unser Kugel-Hinleger. Auf mein Kommando geht's los. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, und dieses Labyrinth, das kennen wir alle im Kleinformat. Oder die meisten zumindest. Aber das ist natürlich eine ganz andere Veranstaltung, als jetzt hier das mit dem Körper auszutarieren. Das sieht allerdings recht gut aus im Moment bei Raab. Er begleitet das natürlich auch wieder akustisch. Okay, pass auf. Da muss ich jetzt lang. Da muss ich lang und dann da weg. So, das kostet natürlich alles immens viel Zeit, dass er da vor sich hin sabbelt. Und er hängt lange. Nee, 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 komm, 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 komm. Scheiße. Naja, war noch nicht. Das ist relativ unkontrolliert, habe ich so den Eindruck. Aber er kommt voran. So, jetzt muss er da von uns aus gesehen. Ja, da sehen wir ins Gesicht von Raab. So, jetzt hier Vogelperspektive. Bisschen wieder hoch. Und dann da rechts oben um die Ecke. Die ist eingeklemmt, die ist eingeklemmt. Guck mal, guck mal, guck mal, die ist eingeklemmt. Die rollt nicht. Ja, danke. So. Aaaaah! Ja, das ist interessant, was wir hier vor allem hören. So, wir sind schon bei einer Minute. Und er vertändelt sehr, sehr viel Zeit durch seine Mätzchen. Er vertändelt sehr viel Zeit. Jetzt rollt er wieder zurück. Er muss da rechts zwischen den beiden Löchern hindurch. Jetzt hier rum, genau. Und dann zwischen den beiden Löchern. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, also er ist, akustisch ist er weit vorne. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach, muss man ganz klar sagen. Das erfordert viel Körperbeherrschung, Gleichgewichtsgefühl. Man muss sich da erstmal rantasten, aber das geht sehr gemächlich bei ihm. Sehr gemächlich. Jetzt kommt er da durch. Ja, das macht er gut. Dann immer in die Ecke, wo kein Loch ist. Das ist dann ganz gut. Da kann nichts passieren. Da kann man mit Schwung hinrollen, ohne etwas zu riskieren. Aber er braucht unglaublich lange. Jetzt sagt er gleich wieder, die steckt fest. Aber er muss es nur möglichst weit nach vorne neigen. Man kann da auch durch ruckeln, einiges bewegen. Das macht er jetzt gut. Aber aus der Ecke muss er wieder raus. Ja, ja. Gut gelöst. Ja, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Ja, das macht er gut. Ja, das macht er jetzt gut. Das macht er gut. Ja, dann wieder in die Ecke. Gut. Ja, genau. Da in die Ecke kann man ruhig mit Schmackes. Da hinten, da hinten. Da ist keine Gefahr, weil kein Loch. Jetzt nach links. Genau, da liegt er jetzt fest. Das ist aber nicht schlimm. Wird sofort wieder frei gemacht, die Kugel. So, jetzt rechts rum. Genau. Da wird es wieder gefährlich. Jetzt ist er wieder zurück. Er ist schon bei 2.20. Jetzt ist er nach links. Nein, verliert er nochmal Zeit. Er muss wieder zurück. So, genau. Jetzt dann oben rechts rum. Ja. Jetzt ist er gleich im Ziel. Jetzt ist er gleich im Ziel. Aber er geht auch schon auf die 2.40 zu. Also das wird eine Zeit von knapp 3 Minuten werden für Raab. Und das müsste eigentlich für Tobias dann machbar sein. So, jetzt hat er eigentlich alle schwierigen Hürden geschafft. Und jetzt noch ins Ziel. Und es ist bei 2.50.18, als die Kugel hinten an der Bande anschlägt. 2.50.18. Rein vom Gefühl her. Vor allem, was er am Anfang verdattelt hat. Würde ich sagen, Tobias hat gute Karten. Äh, ich glaube, ich würde von Anfang an noch was anders machen. So. Wie lange war denn das jetzt? Das sagen wir dir nicht. Wieso? Weil Tobias jetzt dran ist. Und er soll ja nicht wissen, was er... Ach so, ja. Das ist schon mal gut. So. Tobias, du hast jetzt ganz kurz die Möglichkeit, dich dran zu gewöhnen. Okay. Einmal austarieren. Und dann geht das Spiel direkt los. Auf mein Kommando. Stell dich drauf. Macht das Ganze gerade. Chris legt die Kugel hin. Auf die Plätze. Fertig. Los. So. Jetzt, wenn er das schneller hinbekommt, wie er wo agieren muss, dann hat er gute Karten. Den Raab hat da am Anfang sehr, sehr viel verdattelt. Das ist gar nicht so schlimm, wenn die Kugel mal im Loch landet. Denn sie wird ja sofort wieder reingegeben. Er macht das gut. Gutes Körpergefühl. Jetzt muss er da rum. Genau. Alles halb so wild. Da ist er auch rum. Das ist deutlich schneller. Also bis hierhin ist das deutlich schneller. Da geht er sogar oben drüber. Alles kein Problem. Aus der Ecke muss er wieder raus. Also wenn er das einigermaßen in diesem Tempo weitermacht, dann hat er sehr gute Karten. Jetzt geht er allerdings wieder in die Ecke. Er muss jetzt, wie gesagt, das spricht sich leichter, als es sich dann da unten machen lässt. Er muss ruhig bleiben. Er darf keine hektischen Bewegungen machen. Er kommt jetzt immer wieder in die gleiche Ecke. So, jetzt ganz langsam austarieren. Jetzt hat er es. Jetzt kommt er um die Ecke. Genau. Sehr gut. So, ja. Aber da in die Ecke will er ja nicht. Das gibt es nicht. Es ist alles im grünen Bereich. Es ist alles im grünen Bereich. Jetzt links um die Ecke aus unserer Vogelperspektive. Ruhig muss er das machen. So, jetzt ist er da wieder rum. Ja. Und das sieht jetzt gut. Ja, ist immer noch frei. Auch jetzt ist sie noch frei. Das müsste eigentlich funktionieren. Also im Normalfall muss er das hinbekommen. Er ist klar. Er ist klar vorne. Ja. Jetzt muss er da hinten rum. Er muss hinten rum. Ja. Jetzt hat das. Ja. Ja, ja. Das schafft er locker. Also das kann gar nicht mehr schief gehen. Das wird ganz klar der Sieg für Tobias. Da muss man kein Hellseher sein. Er muss nur ruhig bleiben. Er muss nur... Oh, das ist jetzt ein kleines Tänzchen da auf dem... Gerät oben. Aber... Er hat es. Das ist... Das ist ganz locker. Klarer Sieg für Tobias. Tobias hat dieses Spiel gewonnen. Und das bedeutet für unseren Punktestand folgendes. Kommen beide mit? Ach, man. Das bedeutet die Führung für Tobias 8 zu 7. Das war ganz schön anstrengend. Also mit dem Wissen von jetzt... Würde ich es gerne nochmal machen. Das heißt, welches Wissen hast du dir jetzt gerade eingehalten? Ich dachte am Anfang, wenn man vorsichtig vorgeht und diese... Ich wusste nicht, dass die Kugel so oft auch über die Löcher, wenn sie ein bisschen Speed hat, einfach rüberrollt. Guck dir das mal ganz kurz an. Wir schauen uns mal an, was du gemacht hast. Wollen wir uns nicht anzuschauen? Du warst sehr behutsam. Ja, ich war zu behutsam. Ich hätte aggressiver vorgehen müssen. Und Tobias war ein bisschen radikaler. Ja. Und hat es am Ende geschafft. Wir kommen zu Spiel Nummer 6. Es heißt Lippenlesen und wir spielen das hier vorne am Pult. Ihr müsst nur durch Lippenlesen bekannte deutsche Sprichwörter erkennen. Das Sprichwort wird genau fünfmal hintereinander gezeigt. Und ihr könnt während diesen Wiederholungen jederzeit auf den Buzzer drücken und sagen, welches Sprichwort ihr meint gelesen zu haben. Wer drückt, hat zehn Sekunden Zeit, um das Sprichwort dann auch komplett zu nennen. Bei einer richtigen Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bei einer falschen Antwort oder keiner Antwort bekommt der Gegner den Punkt und die Aufgabe ist aus dem Spiel. Wer als erster fünf Punkte gemacht hat, gewinnt dieses Spiel. Und wir zeigen euch das Ganze an einem Beispiel. Und dafür haben wir einen Profi engagiert. Es ist die Ex-Tagesschau-Sprecherin und jetzige Nachrichtenfee der ProSieben Newstime Laura Dünwald. Und hier kommt unser Beispiel-Sprichwort. Guck's dir an. Das ist Laura Dünwald. Und hier seht ihr ihre Lippen. Das ist ja Wahnsinn. Die vorletzte Wiederholung. Das ist ja Wahnsinn. Und das war Nummer fünf. Und wir haben gesucht. Wir lösen das Ganze mal auf. Hört hin. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das ist ja ein einfaches Spiel. Das wichtigste ist, habt ihr es verstanden. Ich habe verstanden wie es geht. Gut. Dann kann es losgehen. Hier kommt das erste Sprichwort. Aller Anfang ist schwer. Wir hören mal rein, ob Tobias recht hat. Aller Anfang ist schwer. Ja. Der erste Punkt geht an Tobias. Weiter geht's. Nichts vorsagen hier im Studio, bitte. Morgenstund hat Gold im Mund. Die spricht aber sehr ausführlich. Ist ja auch wichtig, wenn du die Lippen lesen sollst. Da besteht es eins zu eins. Weiter geht's. Da ist jetzt ein Freude und derirschen. Drei. Drei. Dein. Drei. 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 Du bist wütendig. Vl ghent. Du bist wütendig. Und das war's. Keiner von euch weiß es, die Auflösung kommt hier. Du darfst nicht mehr buzzern, Stefan. Viele Köche verderben den Brei. Also wenn man das so spricht, dann kann man das ja kaum noch lesen. So spricht das ja keiner. Ich bin ja gewohnt, dass jemand sagt, viele Köche verderben den Brei. Aber nicht viele Köche verderben den Brei. Ich meine, sie macht's toll. Die Laura macht's toll, aber... Aber es ist schwierig. Es könnte was flüssiger... Es geht heute Abend um eine Million Euro, deshalb ist es natürlich auch schwierig und nicht einfach. Weiter geht's. Und dann geht's. Die letzte Wiederholung, keiner von euch beiden weiß es und hier kommt die Auflösung. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Immer noch 1 zu 1, wir machen weiter. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, was glänzt. Ach, Jungs, was ist denn los? Hier kommt die Auflösung, ist relativ einfach. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Ich habe immer gedacht, am Anfang war ich mir sicher, die heiße Maus. Die Axt im Haus. Die Axt im Haus oder die heiße Maus? Ich habe immer die heiße Maus, das ist definitiv kein Sprichwort, aber das nächste ist eins. Nein. Ja. Boah, Leute. Stefan. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Richtig, Stefan. 2 zu 1. Drei Punkte brauchst du noch. Vielleicht ergatterst du jetzt einen weiteren, hier ist das nächste Sprichwort. 5 Uhr. 6 Uhr. Ja. 6 Uhr. Ja, das wird definitiv heute eine lange Sendung. Hier ist die Lösung. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. In diesem Fall, wäre Reden Gold gewesen. Ich hoffe, ihr habt genug Sprichworte aufgezeichnet. Haben wir definitiv, machen wir da keine Sorgen. Es geht weiter. Steter Tropfen hüllt den Stein. That's it. Habt ihr das Gesuch? Steter Tropfen hüllt den Stein. Richtig. Scheint ja auch hier der Fall zu sein. Steter Tropfen hüllt den Stein. Ihr scheint es verstanden zu haben. 3 zu 1. Hier kommt das nächste deutsche Sprichwort. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das war ganz knapp. Tobias hat kurz danach gedrückt. Es ist richtig. 4 zu 1 und Matchpoint. Hier kommt das nächste Sprichwort. Dem Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Gilt das? In diesem Fall gilt das. Stefan hat das Spiel gewonnen. Stefan, woran hast du das eben festgemacht? Schaut man nicht aufs Maul, habe ich verstanden. Und dann hast du den Rest im Prinzip zusammengestellt. Ja, also ich kenne kein anderes Sprichwort, wo es schaut man nicht aufs Maul haut heißt. Schaut man nicht aufs Maul haut. Wie der Vater so, der schaut man nicht aufs Maul, geht ja nicht. Nee, das ist schwierig. Reden schaut man nicht aufs Maul, ist Gold, ist auch nicht richtig. Fischers Fritze hätte ich gern noch gesehen. Ja, das ist ja kein Sprichwort. Wir schauen uns aber jetzt den Punktestand an. Yes. 13 zu 8 für Stefan nach Spiel 6. Und so sieht Spiel 7 aus. Es heißt Fußball-Golf und das findet nicht im Studio statt, sondern draußen. Und wir schauen uns mal an, was für ein wunderschöner Parcours dafür aufgebaut worden ist. Und Stefan und Tobias bereiten sich schon einmal vor und ziehen sich um. So sieht ein richtiger Fußball-Golfplatz vor den Toren des Schlag-den-Rab-Studios aus hier in Köln. Das spielen wir gleich logischerweise draußen und gehen dafür an die frische Luft. Herzlich willkommen zurück bei Schlag-den-Rab. Und Spiel Nummer 7 hat uns nach draußen gebracht. Es nennt sich Fußball-Golf und das war eben der Parcours. Und für diese Sportart braucht man natürlich einen Schiedsrichter. Und der steht neben mir. Es ist Michael Hearn, Head Coach vom Golfclub Felderhof und ehemaliger Ranglistenerster der EPD-Tour. Schönen guten Namen, Michael. Schön, dass du da bist. Ich erkläre euch kurz die Regeln. Die sind relativ einfach. Dieser Ball hier vorne muss dort hinten in das Loch markiert mit einer Fahne. Welche Regeln ihr beachten müsst, das sagt euch jetzt Michael. Die Herren, es ist wie Golfregeln letztendlich. Es werden die Schläge, okay, die dritte letztendlich gezählt. Wir nennen die dann Schläge, weil sonst verspreche ich mich die ganze Zeit. Die addieren wir dann zusammen. Wir spielen zwei Bahnen. Für die Regeln heißt es, dass der Ball sollte auf dem grünen Bereich bleiben, auf dem grünen Gras oder im Bunker. In dem Moment, wo er auf dem Asphalt bleibt, zum Stillstand kommt, gilt er aus ihm aus. Und der Ball wird zurückgebracht zu der Stelle, wo er zuletzt gespielt hat, mit einem Strafschlag. Das heißt, wenn der erste Schlag am Asphalt stehen bleibt, muss der Ball zurückgeholt werden. Und dann kommt dann tatsächlich der dritte Schlag. Ja, verstanden. Eins plus eins und dann käme der dritte. Bei einem Unentschieden gibt es natürlich in diesem Fall ein Stechen. Wer weniger Schüsse gebraucht hat nach zwei Durchgängen, hat das Spiel gewonnen. Okay, zwei Durchgängen, die zählen die gebrauchten Schläge. Korrekt, genau. Die Gesamtschüsse aus beiden Durchgängen werden addiert. Und wer weniger braucht, hat das Spiel gewonnen. Und Michael wird durch Münzwurf entscheiden, wer von euch beiden den ersten Schuss setzt. Und du, Tobias, darfst dir... Im ersten Schuss jetzt, das hört sich sehr spannend an. Bei den Durchgängen hintereinander machen oder wechseln wir uns ab? Eins, 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 eins. Eins, 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 eins. Und dann ist es ja genauso wie im Golf. Der Ball spielt nicht eine Bahn durch. Nein, ihr wechselt euch immer ab. Und es ist genauso wie beim Golf. Michael, das heißt, der Ball, der weiter weg liegt vom Loch, der ist als nächstes wieder dran. Und wenn er seinen Ball meinen trifft und den ins Ausspiel, was ist dann? Das wird nicht passieren. Das markieren wir. Sein Ball wird zurückgelegt werden und sein Ball bleibt da, wo er liegt. Tobias, rot oder blau? Blau. Ist rot. Rot. Das bedeutet, du schießt als erstes. Gut. Stefan, du darfst hier den Ball auftieren. An einer beliebigen Stelle zwischen den Markierungen. Nicht nach vorne, bis zwei Schritte nach hinten. Stefan führt 13 zu 8 gegen Tobias. So, okay. Etwas anderes T hier, aber wir sind ja auch beim Fußballgolf. Also wie gesagt, im Grunde Regeln wie beim Golf. Und dass Stefan Raab ein begnadeter Fußballer ist, hat er ja schon mehrfach gezeigt. Gut, dass er das nicht hört. Doch, ich höre das. Oh, verdammte Axt. Ich höre das. Das hat man mir nicht gesagt. So, auf geht's. Erster Abschlag. So, jetzt Klappe halten mal. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Gerne. Er tänzelt an. Scheiße. Nein, der Ball ist immer aus. Der Schlag zählt. Es kommt ein Strafschlag dazu. Und nach der Tobias bist du dran, Stefan, mit deinem dritten Schlag. Aber erstmal ist Tobias dran. Ja, er hat das eigentlich treffend kommentiert, Stefan Raab, was er da gemacht hat. Und jetzt schauen wir mal, wie Tobias fußballtechnisch drauf ist. Du musst nicht unbedingt auftieren. Okay. Dann kannst du den Ball direkt vom Gras schlagen. Das ist nur ein sauberer. Also, das Tee hat natürlich den Vorteil, dass man den Ball leichter hoch bekommt. Oh, der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. So, und das heißt, und das heißt, er hat gleich schon mit dem zweiten Schuss die Chance, aufs Green zu kommen. Das war ein exzellenter Abschuss. Klingt komisch, ist aber so. So, jetzt hat Stefan auch gesehen, wie es geht. Die linke Klebe aus Köln. Das ist leider noch mal ein Strafschlag. Das ist drei plus dein Strafschlag. Du spielst jetzt ein fünftes. Und er muss sich natürlich jetzt zusammenreißen, denn es werden ja die Durchgänge addiert, die Schüsse in beiden Durchgängen. Und das ist natürlich schon ein Riesenmanko jetzt. Das ist schon Schuss Nummer fünf. Der geht wieder ins Aus. Der zieht schon wieder ins Aus. Das gibt es doch gar nicht. Ja, aber es ist kein Wind. Das muss man an dieser Stelle sagen. Doch, es ist Wind. Stefan, dein siebter Schlag. Also, wenn wir mal so aufs Gebüsch im Hintergrund schauen, auf die Bäume, da bewegt sich sehr wenig. Das kann es. Es tut mir leid, dass an dieser Stelle sagen, wir müssen eigentlich nicht dran liegen. So, gar nicht, ey. Der ist gut. Ich habe alles im Spiel. Danke. Er ist nicht so weit von dem entfernt, wo sein Fußballherz für schlägt. Für den ersten Ende Köln. So, Michael. Damit würde man den Kölnern zu nahe treten. Es kommt jetzt ein achter Schlag. Das ist mein Beul eigentlich markiert. Das kann er bestellen. Mein wieviel da? Ein achter. Achter? Wieso denn acht? Weil du dreimal rausgeschossen hast. Das sind drei Strafschläge. Das sind drei Strafschläge. Correct. So, und dann? Und das war dein siebter. Der kommt hierhin. Und jetzt kommt dein achter. Dreimal hast du geschossen. Dreimal war er draußen. Das sind sechs. Dann siebter kommt hierhin. Der hat plus noch einen. Jedes Mal. Alles klar. So, ich mach. Jetzt geht er in den Sandbunker. Wer ist als nächstes dran, Michael? Der Tobias ist weiter weg. Das ist ja interessant. Mit seinem zweiten Schlag. Also da liegt er jetzt schon fast auf dem Green. Aber das ist natürlich... Also, wenn Tobias jetzt nicht ein Bügeleisen unter den Füßen hat, dann wird er hier deutlich nach dem ersten Durchgang in Führung sein. Kann ich spielen gleich? Jawohl. Also er kann ihn jetzt über diese Rampe, die wir da gleich nochmal sehen werden, kann er ihn oben aufs Green legen. Da. Ja, er hat ihn schon auf dem Green. Wenn er jetzt ihn noch runterrollt. Aber das ist immer noch eine gute Ausgangsposition. So, jetzt müsste Michael mal kurz schauen, wer ist weiter weg. Denn der ist ja als nächster dran. Am weitesten weg von der Fahne ist der Tobias mit seinem dritten Schlag. Und er muss jetzt chippen. Also den Ball da. Wie man das macht, wenn ein Torhüter auf einen zieht. Auch er macht diesen Lupfer da. Oh, der ist gut. Der ist ja super. Der nächste wird reingehen. Stefan, jetzt kommt jetzt dein neunter Schlag. So, jetzt kommt der Chip von Stefan Raab. Der geht deutlich weiter. Ist auch nicht schlecht. Und er ist direkt wieder dran, weil er weiter vom Loch, weiter von der Fahne entfernt ist. Tobias da in sehr, sehr guter Ausgangsposition. Willst du den markieren, Michael, oder lassen wir den jetzt einfach rum? Der ist im Moment nicht beruflich. Wollt ihr die Fahne rausnehmen? Die Fahne bleibt drin für das Spiel. Die bleibt drin? Jawohl. Stefan ist nochmal dran mit seinem elften Schlag. Ach, echt. Ja, das ist natürlich frustrierend für Raab, keine Frage. Ist ja relativ ehrgeizig. So, mit elf. Elf Schläge. Stefan? So, und Tobias wird im Normalfall jetzt hier mit der Nummer vier. Nummer vier. Und das heißt dann, mit sieben Schüssen Vorsprung geht er in den zweiten Durchgang. Wenn er da jetzt nicht ganz viel falsch macht, dann gewinnt er Fußballgolf. Überhaupt keine Frage. Und der Raab muss jetzt hier eine Wunderleistung hinlegen. Wäre interessant zu beobachten, ob er den mit dem Abschuss schon aufs Screen legen kann. Es regnet übrigens wohl, wie ich da sehe. Ganz klein bisschen. Da hast du recht, Frank. Der Himmel weint über Stefan Raab. Mann, 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 Mann. So, den zweiten Durchgang beginnt jetzt in diesem Fall. Der Tobias. Der Tobias. Tobias, spielst du Fußball? Bitte? Spielst du Fußball? Habe ich meine Zeit lang. Gut? Nee. Also ging schon. Bezirksliga. So, jetzt fängt es richtig an zu schütten. Dritte von unten. Ah, das ist gut. Regen ist gut. Wunderbar. Dann wird es glitschig. Stefan, komm hier an die Seite. Möchtest du deinen Ball gleich schon in den Händen halten? Wo ist die? Markierung ist hier vorne, oder? Nee, hier. Zwischen diesen beiden Golfbällen. Nee, das wäre vor der Linie. Du musst entweder auf die Linie oder dahinter. Guckst du dir an? Genau. Michael schaut sich das auch nochmal an. Ist das korrekt? Das ist okay. Wunderbar. Der zweite Durchgang, erster Schuss von Tobias. Warte kurz. So, und wenn er den jetzt auch nur ansatzweise so hinbekommt, wie im ersten Durchgang, dann ist das mehr als die halbe Miete. Und der ist wieder super. Der ist wieder super. Ja, ja. Der bleibt definitiv hier auf dem Grün. Das ist sehr, sehr gut. Das sieht nach Fußball aus. Tobias? So, er nimmt doch wieder das Tee. Liegt ihn drauf. Jetzt muss ein Bums kommen. Minimalschance hat er noch. Ach Mann, ey. Ja, vielleicht hat er einen Spreiz- oder Senkfuß. Stefan, das war ein Schlag. Du kriegst einen Strafschlag dazu. Es kommt jetzt dein dritter Schlag. So, und das ist natürlich frustrierend, wie das bisher läuft für ihn. Er nimmt wieder das Tee. Das ist drei plus ein Strafschlag. Jetzt kommt ein fünftes. Bei wie vielen Schlägen oder Schüssen sind wir insgesamt jetzt bei Stefan? Bei Stefan insgesamt 16. Bei Tobias 5. Also es ist der 16. Jetzt für Stefan Raab. Ach, Leute. Es war dein fünftes. Kommt ein Strafschlag dazu. Jetzt bitte dein siebtes. Stefan, du darfst ohne Tee, wenn du willst. Bitte? Du darfst ohne das Tee. Hab ich doch eben gefragt. Ja, und Michael hat dreimal gesagt, darfst du. Ich hab verstanden, darf ich nicht. Doch, haben wir die ganze Zeit gesagt. Ich mach aber trotzdem mit. Nicht. Ach, Mann. Ich hab alles aus. Ja, und das ist natürlich das, was Stefan Raab am meisten wehtut, wenn er das mitbekommen würde, dass sich hier so etwas wie Mitleid im Studio breitmacht. Und das ist natürlich was, was er gar nicht vertragen kann. Also wir haben noch drei Bälle. Ja, ja, ist ja gut. Also deshalb erwähne ich es an dieser Stelle auch nochmal. So, der ist jetzt gut, denn er geht ja dann wieder jetzt zur Feldinnenseite. Exakt. Also er hätte vielleicht früher reagieren müssen und mit etwas Schnitt spielen müssen, also einfach weiter von sich aus nach links spielen, weil er eben immer diese Kurve drin hatte. Hinterher ist man immer schlauer. Das habe ich falsch verstanden. Ich habe verstanden, ich darf nicht. Nee, du hast zweimal gefragt, wir haben zweimal gesagt, ja, du darfst ohne Tee abschießen. Ich habe das falsch verstanden, sorry. Aber ich weiß auch nicht, ob es da besser geworden ist. Du bist direkt wieder dran. Du bist weiter weg und es kommt jetzt sein Zehntenschlag. Wir sind übrigens gerade Zeugen des Prozesses, wie Stefan Raab das hinterher verarbeitet. Er wird sagen, hätte ich ohne Tee gespielt, hätte ich es gewonnen. Der war gar nicht schlecht. Bin ich dran, oder? Genau, Tobias. Ja, Tobias. Tobias, wenn es dich stört, kann ich den Ball von Stefan markieren oder kann ich ihn so legen lassen? Kannst du markieren. Also das ist eine so glasklare Angelegenheit. Und auch so, wie er sich hier bisher präsentiert hat, fußballtechnisch, schusstechnisch. Der müsste den Ball schon in den Rhein schießen. Das ist ein Zehnschlag für Tobias. Okay. Jawohl. Ja, das kann er sich erlauben, ein bisschen vorsichtig anzugehen. Der bleibt gut liegen, er ist wieder dran. Du bist noch dran, weil du weit weg bist mit deinem dritten Schlag. Das ist fußballerisch, also was die Schusstechnik betrifft, darauf kommt es hier an, ist das sehr gut. Und den macht er, den macht er so, den macht er sowas von gut, wollte ich sagen. Also er hat das gewonnen. Wir erleben nochmal Stefan jetzt. Vielleicht hat er ja noch ein technisches Kabinettstückchen für uns drauf. Stefan, du bist noch weiter weg. Stört dir den anderen Ball, soll ich markieren? Nein, nein. Okay, kommt ein zwölftes Schlag. Tobias, du bist noch dran. Und damit haben wir einen Gewinner. Mensch, Mensch, Mensch. Ihr wart ja. Tobias hat es geschafft. Er hat ganz knapp Stefan Raab beim Fußballgolf besiegt. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam den Punktestand nach Spiel sieben an. Scheiße. Damit übernimmt unser Bundeswehrarzt die Führung mit 15 zu 13. Und wir bleiben weiterhin draußen vor dem Schlag den Raab-Studio und kommen zu Spiel acht. Ja, da haben wir es gesehen. Das heißt Cross-Skating. Und ihr beide nehmt bitte Platz und zieht euch eure Ausrüstung an. Danke schön. Vielen Dank. 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 So, die Stöcke bitte mitnehmen und jetzt kommt ihr mit mir auf unseren Parcours. So, die letzten Feinheiten hier nochmal mit dem Equipment. Sieht schon spacig. So, die Stöcke ich aus. So, die Stöcke ich um. So, die Stöcke mit dem Stock. Und jetzt haben wir das, dass weiss ich, dass ich, der ist, wenn man den anderen überrundet und der kriegt mich nicht. Es geht darum, habe ich ja gerade gesagt, du musst den anderen erwischen und berühren. Ja, aber wenn ich ihn nicht berühre, der ist vor mir. Ja, aber warum solltest du ihn überholen? Du willst ihn ja einholen und berühren. So, und das hat Stefan in der Zwischenzeit genutzt. Du fährst noch einmal auf die andere Seite und wartest direkt. So, das reicht. Eine Runde für beide. So, Stefan, hier, Tobias stehen bleiben. Und Stefan geht auf die andere Seite. Stellt euch hinter die gelbe Linie. So, ich schaue mir das an, ob beide richtig stehen. Hinter der Linie, Stefan. Moment, Moment. Ich sage auf die Plätze, fertig, los. Nein, 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 nein. Ich sage auf die Plätze, fertig, los. Und gebe euch ein akustisches Signal. Okay, das ist die Tröte. Hinter die Linie, Tobias, hinter die Linie. Wunderbar. Mit der Hand anschlagen. Denkt bitte dran, nicht mit den Stöcken. Auf die Plätze. Fertig. So, wer tritt sie da an? Die Flucht nach vorne. Raten müsste eigentlich darauf bedacht sein, Tobias innerhalb von sechs, sieben Runden einzuholen. Die Flucht nach vorne. Denn wenn es am Ende auf Kraft, Ausdauer oder generell auf die Ausdauer ankommen wird, dann glaube ich, hat der Kollege hier aus Köln, Stefan Raab, keine Chance. Aber im Moment ist es so, dass er nur knapp vorne ist. Also sie nehmen sich da nicht viel. Bei beiden ist das technisch ganz gut. Jetzt kommt er in Straucheln. Und jetzt ist Raab da hinten dran. Jetzt sieht er ihn vor sich. Das heißt, er weiß, er ist dichter dran. Also von der Technik her, ist Raab da besser. Da kommt Tobias wieder ins Straucheln. Also jetzt muss er Gas geben. Den Raab hängt ihm schon im Nacken. Wie gesagt, die Zeit da unten ist unerheblich. Die dient uns vielleicht als Orientierung, wann es denn so richtig auf die Pumpe gehen könnte. Und wie gesagt, dann glaube ich, irgendwann, wenn es auf die Kraft, auf die Kraftausdauer ankommt, dann müsste der austrainiertere Tobias hier Vorteil haben. Und wir merken auch, Raab lässt nach. Das geht übrigens nicht nur auf die Beine. Das geht natürlich durch diese Doppelstocktechnik auch auf den Schulterbereich. Und wir sehen, dass Stefan Raab nachlässt. Da ist einfach die Kraftausdauer nicht da. Wir konnten das in der Vergangenheit häufig beobachten. Das sind Stehversuche von Stefan Raab. Aber auch Tobias musste dem Anfangstempo jetzt Tribut zollen. Aber jetzt sieht er Raab da vor sich. Oh, oh, oh. Aber schauen Sie mal, schauen Sie mal da oben, Raab. Ach du meine Güte. Es gab mal einen Biathleten, der ist im Wald verschütt gegangen. Den hat man kaum wiedergefunden. Der ist blau gegangen, wie die Langläufer, die Biathleten sagen. Jetzt geht Raab blau und wird von Rot gleich eingeholt. Das kann eigentlich nicht mehr anders laufen. Stefan ist platt, aber jetzt geht da hinten Tobias zu Boden. Raab jetzt auch, der kommt gar nicht mehr hoch. Und auch Tobias gewinnt dieses kuriose Wett. Wir haben einen Gewinner. Tobias. Mensch. Ihr beiden. Wollt ihr was trinken? Ja? Ja, schlecht. Das war konditionell am Ende ein bisschen härter. Aber du kannst es ja richtig gut. Aber da hat die Pumpe einfach nicht mehr... Ja, bei sowas muss ich sehen, dass ich irgendwie in den ersten Runden das schaffe. Ich war ja ganz gut dran. Wir schauen uns nochmal deinen Sturz an, weil ihr wart ja am Ende eigentlich beide gleich konditionell schlecht. Gleich pflicht. Technisch. So, da sehen wir es. Und dann war es natürlich einfach für Tobias. Ja. So, Tobias und Stefan kommen beide mit raus. Draußen bitte umziehen. Und wir schauen uns den Punktestand nach Spiel 8 einmal an. Und wir sehen es, Tobias führt 23 zu 13 mit 10 Punkten vor Stefan. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch ganz in Ruhe auszuziehen, ein bisschen nach Luft zu schnappen. Herzlich willkommen zurück bei Schlag den Rad. Vor unseren beiden Spielen draußen lag Stefan in Führung. Und dann hat Tobias Fußballgolf und auch das Cross-Skating für sich entscheiden können. Und damit lautet der Punktestand momentan. Wir zeigen es Ihnen nochmal. 23 zu 13. Nach körperlicher Ertüchtigung draußen geht es direkt weiter. Hier drinnen mit körperlicher Ertüchtigung im Studio. Weiter mit Spiel 9. Und das trägt den wunderschönen Titel Gorotki. Und ihr beiden kommt mal mit an den Anfang des Spielfeldes. Und dort stelle ich euch jemanden vor und erkläre euch auch direkt, worum es dabei geht. Und das ist Sergej Gergert, unser Schiedsrichter vom Baden-Württembergischen Landessportverband. Hallo. Hallo. Sergej, schön, dass du da bist. Also, mit diesen Wurfstöcken. Hebt die ganz kurz mal auf, damit ihr einmal ein Gefühl dafür bekommt. Müsst ihr dort hinten auf die 5 Holzklötzchen werfen. Genau. Wie ihr punktet, das sagt euch jetzt Sergej. Hört mal kurz zu. Das ist ein sehr altes Wurfspiel. Kommt ursprünglich aus Russland. Und die Regeln sind ganz einfach. Man muss mit diesem Wurfstock, heißt das Beat, in dem Fall, muss man diese 5 Klotze von diesem Spielplatz abräumen. Wir bauen das Ganze immer in unterschiedlichen Figuren auf. Genau. Ein Durchgang bedeutet 2 Würfel. Solltest du mit dem ersten Wurf alle 5 Holzklötzchen aus dieser gelb umrandeten Geschichte raus buxieren, bauen wir für den zweiten Wurf im ersten Durchgang genau dieselbe Figur wieder auf. Das heißt, du kannst maximal 10 Punkte pro Durchgang machen. Die müssen aus dem gelben Ding raus. Aus dem Feld raus. Das heißt, umfallen reicht nicht. Nein. Muss man nur rauszählen. Deswegen sagen wir auch alle Holzklötzchen raus aus dem Feld. Aha. Danke. Okay. Wenn jetzt nur 2 rausfliegen, dann was ist dann? Hast du nur 2 Punkte. 2 Punkte. Okay. Und einen Durchgang, ich darf dann 2 Mal werfen oder wie? Ich habe 2 Stöcke oder wie? Wir machen jetzt abwechselnd nach jedem Wurf. Genau. Aber die Frage war ja von Stefan. Pro Durchgang 2 Mal werfen auf eine Figur, die aufgebaut wird. Und das ist immer abwechselnd. Okay. Wir bestimmen, wer anfängt. Wie ich werfe, ist völlig egal. Nein. Das zeigen wir jetzt. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Also dieses Wurfstock soll mit einer Hand geschleudert werden. Geschleudert. Und das noch vor dieser Abwurflinie. Man darf nicht drüber und drauf treten. Okay. Ich darf nicht drüber treten. Ich darf aber schon so mit der Hand rüber gehen. Absolut. Wenn du übertrittst, dann seht das als Wurf. Der Wurf. Darf man drehen, alles nur mit einer Hand abwerfen. Ja, mit einer Hand abwerfen. Und jeder spielt auf seine Bann. Also das ist auch logisch. Genau. Sag uns ganz kurz mal, wie heißt diese Figur? Die haben ja alle Namen. Genau. Wir haben jetzt 4 Figuren ausgesucht. Es gibt insgesamt 16 vorgeschriebene Figuren in diesem Fall. Und diese Figur heißt Fax. Fax. Sie fangen mit Fax an. Wie viele Durchgänge machen wir dann? Wir machen 4 Durchgänge. A2 Würfe. Also 4 Figuren. A2 Würfe. Das heißt 8 Würfe insgesamt. Und wir addieren alle Würfe am Ende zusammen. Wer die meisten Holzklötzchen umgeworfen hat, der hat logischerweise dieses Spiel gewonnen. Und Sergej bestimmt jetzt, wer von euch den ersten Durchgang beginnt. Hast du eine Münze dabei? Ich hab eine Münze. Tobias sucht sich die Farbe aus. Nochmal blau. Blau. Stefan fängt an. Stefan geht aufs. Moment. Du hast gesagt blau. Du fängst an. Du darfst nicht wählen. Eben draußen hatte ich rot und musste anfangen. Ich konnte auch nicht wählen. Aber gut. Also die rechte Bahn fängt immer an. Und bitte werfen auf meinen Kommander. Ja. Also achtet immer auf Sergej. Die rechte Bahn fängt an. Tobias ist der erste Werfer im ersten Durchgang auf die Figur namens Fax. Tobias ist bereit. Bahn frei für Tobias. Das darf ich, oder? Also das darf ich, oder? Ja. Nicht auf die Linie und nicht über die Linie. Nicht auf die Linie drücken, aber ich darf da drüber. Richtig. Ja. Oh, das war schon mal sehr gut. Drei Punkte. Drei Punkte für Tobias. Und die verbleibenden zwei bleiben jetzt da hinten auf dem Platz. Die kann er dann im zweiten Versuch räumen. Okay. Bahn frei für Stefan. Das ist zwei Kilo schwer, dieses Bit, dieser Wurfstock. Puh. Das ist echt. Ja, das ist eine Koordinationsfrage. Nicht schlecht. Ah! Geht's dann doch. Wischt nur rechts vorbei. Kein Punkt für Stefan. Nein. Achso, weil der noch drin ist. Zweiter Wurf für Tobias. Ja, wenn der etwas anders fliegt, kann er da zwei, drei rausschieben. Ein bisschen Pech. Bahn frei für Tobias. Und der hat einen guten Schwung beim ersten Versuch. Der springt dann hinten drüber. Kein Punkt. Und da dieses Holz hinten lag und relativ flach war, räumt er den nicht ab. So, jetzt kann Stefan hier rankommen. Mann! So, die Kulisse ist kaputt da hinten. Ja. Das war der erste Durchgang. Seitenwechsel. Und neue Figur. So, Fax wird abgeräumt. Die einfachste Figur bei Borotki. Und der Sergej wird uns bestimmt verraten, was das hier ist. Ich vermute mal, das ist die Kanone. Richtig. Das ist die nächste Figur. Die heißt Kanone. Überhaupt nicht martialisch. Ja, ich glaube, das wird auch ganz klar, wenn man sie ansieht. Warum? Wenn man es trifft, dann... Piu! Pass auf! Ja. Die Experten spielen das übrigens aus 13 Metern Entfernung. Wir haben uns hier für die Variante für Kinder, Frauen, ich bitte das nicht falsch zu verstehen. Und Anfänger. Die Kanone steht. Sechseinhalb Meter entfernt. Stefan beginnt. Jetzt werden die Beats geholt. Also wie gesagt, es gibt da 16 Figuren, 16 Bilder. Wir nehmen natürlich hier nicht die ganz schwierigen. So und Raab legt jetzt vor. Der Schwung war schon gut. Wann frei für Stefan. Also es geht ums Schleudern. Und um eine Million Euro. Nein! Er wischt wieder vorbei. Kein Punkt. Mann! Tobias, erster Wurf. Hat noch keine Einstellung zum Wurfgerät gefunden hier bisher. Bahn frei für Tobias. Tobias mit Wurf 1 im zweiten Durchgang. Oh, was war das jetzt? Da weicht er von der Technik vorher völlig ab. Stefan, zweiter Wurf. Könnt ihr den bitte wegräumen? Den Wurfstock. Okay. Danke. Bahn frei für Stefan. So, zweiter Wurf im zweiten Durchgang. Raab. Nein! Das gibt's doch nicht. Kein Punkt. Tobias. Ist das denn so in etwa richtig? Etwa ja. Also die Richtung stimmt auf jeden Fall. Was? Bahn frei für Tobias. Was? Die Betonung lag da auf etwa. Und er wirft wieder. Und diesmal räumt er ab. Und da sind wieder drei raus. Und das hat er genau richtig getroffen. Schlägt auf der Kanone oben ein. Hier sehen wir es nochmal. Hohe Flugbahn. Und dann Bums oben drauf. Und dadurch fliegen drei raus. Sechs Punkte jetzt schon. Insgesamt für Tobias. Das war der zweite Durchgang. Wir wechseln wieder die Seiten. Und es wird eine neue Figur aufgebaut. Und welche sehen wir jetzt? Der Brunnen. Der Brunnen. Richtig. Sagt vielleicht nochmal kurz den Punktestand. Frank. Sechs zu null. Weiß nicht, ob der Kollege Raab das hören möchte. Für Tobias. Wieder so klein. So, da haben wir den Brunnen wieder relativ kompakt dieses Bild. Das heißt, wenn man gut zentral trifft mit Schmackes, kann man da ordentlich abräumen. Aber viele Fragezeichen im Gesicht von Stefan Raab. Danke. Muss man schon sagen, wir haben relativ einfache Figuren rausgesucht. Das ist sehr motivierend, Sergej. Das ist einfach in dem Spiel. So. Tobias, du beginnst wieder, weil du auf der rechten Seite stehst. Also es gibt zum Beispiel ein Bild, da liegen jeweils in den vier Ecken ein Holz und einer zentral. Das ist das schwierigste Bild, aber das haben wir hier bewusst nicht gewählt. Ja, das war gut getroffen, aber kein einziges Holz verlässt da den Platz. Und jetzt hat Raab die Chance und jetzt muss was kommen. Ja, zwei Punkte. Jetzt ist natürlich das, was da mit den verbliebenen Hölzern geschehen ist, nicht ideal für Stefan. Denn die liegen flach ein bisschen auseinander. Tobias, zweiter Buch. Aber er kommt zumindest mal ran. So, Tobias. Auf der Linie und auf geht's. Leider kein Punkt. So, und wenn Raab jetzt da noch ein, zwei, vielleicht alle drei räumt, dann ist er wieder im Geschäft vor dem letzten Durchgang. Und zwar richtig gut. Ja. Und er ist dran. Vier zu sechs und damit alles wieder offen. Alles wieder offen. Wir wechseln jetzt wieder die Seiten. Schön gewischt hier und trifft ihn genau im richtigen Moment und wischt dann beide runter vom Platz. Und das heißt, alles möglich. Wir wechseln wieder die Seiten. Jetzt eine Nervengeschichte. Und die neue Figur kommt jetzt. Und Tobias ist der Mann mit der interessanten Variante, wie er sich da das Handtuch in die Hosentasche gesteckt hat. Das ist praktisch. Und er kann hier heute eine Million Euro gewinnen. So, also da jetzt das Flugzeug. Auch das relativ kompakt, wenn man das vorne zentral erwischt mit Schwung. Stefan ist dran. Stefan legt vor. Der vierte und letzte Durchgang. Wann frei für Stefan. Stefan. Er liegt mit zwei Hölzern hinten. Beide noch zwei Versuche. Ja, und jetzt ist es der Ausgleich. Und jetzt ist es der Ausgleich. Und der Druck ist auf Tobias. Also nach 2-0 Runden. Wann frei für Tobias? Und das ist natürlich unglaublicher Druck jetzt. Ja. Gibt's das. Gibt's das. Und es kommt jeweils auf den letzten Wurf an. Stefan zweiter Versuch. Ach du meine Güte. Wann frei für Stefan. Sechs zu sechs. Jeder noch einen Wurf. It's crunch time. Jetzt geht's drum. Ja, einen. Einen fegt er weg. Und jetzt, und jetzt. Es ist noch beileibe nicht der 1 Millionen Euro Wurf hier. Aber jetzt ist der Druck bei Tobias. Er kann es schaffen. Letzter Wurf. Ja! Und er verfehlt und Rab gewinnt. Das gibt's nicht. Rab ist Gorotki Rab. Wir sind ja bei Gorotki. Herzlichen Dank, Sergei. Danke schön. Mann war das. Nervenaufreibend. Ganz knapp im letzten Durchgang entscheidet dieses Spiel Stefan für sich. und das bedeutet für unseren Punktestand folgendes. Wow! Tobias führt immer noch mit einem Punkt 23 zu 22. Stefan, ein Spiel für dich zu Hause? Gorotki? Weiß ich nicht. Wir schauen uns noch mal den letzten Wurf von Tobias an. Nicht bitte. Und das war wirklich ganz, ganz knapp. Da sehen wir es. Ein Holzstöckchen hat dieses Spiel entschieden. Entschieden. Da sehen wir nochmal, wie Stefan das gemacht hat. Ein Klotz. Als hättest du es geplant. Wir kommen jetzt zu Spiel Nummer 10. Das heißt sortieren. Und ich erkläre euch das Ganze mal anhand eines Beispiels. Das hier. Vor euch auf dem Monitor sind acht vorgegebene Elemente. In diesem Fall Namen. Ich lese sie kurz vor. Karl Carstens, Gustav Heinemann, Roman Herzog, Theodor Heuss, Horst Köhler, Heinrich Lübcke, Johannes Rau und Walter Scheel. Ich stelle euch eine Frage dazu. Und die lautet, sortiert die Bundespräsidenten chronologisch nach ihrer Amtszeit. Von früh oben nach spät unten. Ich gebe euch immer einen Namen vor, ein Element. In diesem Fall ist das Richard von Weizsäcker. Und ihr entscheidet dann, an welcher Stelle ein Name, den ihr euch von den acht Elementen, das werden natürlich immer weniger, aussucht, kommt. Bitte nennt mir die Zahl. In diesem Fall für früh eins oder für spät zwei. Also das ist jetzt ein scharfer Durchgang, oder? Wir machen einen Beispieldurchgang, ich erkläre noch einmal zu Ende. Und dann könnt ihr mir alle Fragen stellen, nachdem wir das an einem Beispiel mal versucht haben. Setzt einer ein Element an eine falsche Stelle, bekommt der Gegner einen Punkt und die Aufgabe ist aus dem Spiel. Wird eine komplette Sortierungsliste gelöst, gibt es keinen Punkt für irgendjemanden und die Aufgabe ist aus dem Spiel. Wer als erster fünf Punkte gesammelt hat, der gewinnt dieses zehnte Spiel namens Sortieren. Und ich würde mal sagen, wir fangen kurz mal an. Und zwar mit dir, Tobias. Such dir einen Namen aus. Das ist jetzt ein Test, ja? Das ist ein Test. Nein, du musst nicht tippen, du sagst mir den Namen und die Nummer. Achso. Karl Carstens, eins. Eins. Gut. Stefan? Ja, äh... Walter Scheel, eins. Korrekt. Sechs Namen, vier Möglichkeiten. Tobias. Horst Köhler, vier. Ebenfalls richtig. Johannes Rau, auf jeden Fall nach Weizsäcker, aber vor Köhler, also vier. Roman Herzog, fünf. Das wäre in diesem Fall falsch. Und dann würde ein solcher Sound erklingen und Stefan würde einen Punkt bekommen. Ihr habt für jede Antwort eine Minute Zeit. Die letzten, Entschuldigung, 20 Sekunden werden angezeigt. Alles verstanden? Jo. Es geht immer noch um eine Million Euro und das Spiel sortieren fängt jetzt an. Hier sind... Ach du Scheiße. ... acht Namen von Schauspielern. Marlon Brando, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Richard Gere, Tom Hanks, Al Pacino, Brad Pitt und Robert Redford. Sortiert diese Schauspieler nach ihrem Geburtsdatum von früh oben nach spät unten. Und wir beginnen mit George Clooney und ich hätte eine Münze werfen müssen. Und in diesem Fall habe ich keine. Und ich würde mal sagen, wir setzen das kurz aus und ich werfe eine Mütze, bevor wir anfangen. Okay. Das ist viel einfacher, weil sonst ist ja ungerecht. So, Tobias, du darfst dir wieder eine Farbe aussuchen. Welche soll es sein? Ich bleibe ja blau. Blau. Ich schmeiß sie hoch. Dann fange ich an praktisch. Und es ist blau. Du fängst an. Okay. Und wir stellen euch eine neue Liste zum Sortieren direkt vor. Das dauert zwei Sekunden. Was? Achso. Okay. Ich höre gerade, wir machen diese Liste. Also geht es mit dieser Liste weiter. Du fängst an. Okay. Marlon Brando eins. Richtig. Ja, also ich sag mal, Leonardo DiCaprio ist auf jeden Fall jünger als George Clooney. Das heißt, er ist später als George Clooney geboren. Das ist die Logik richtig, ne? Dann ist er jünger als George Clooney. Also müsste er auf der drei auf jeden Fall mal richtig sein. Das ist korrekt. Ja. Puh. Ich nehme den Richard Gere. Ich glaube, der hat schon ein bisschen länger graue Haare als der George. Auf die zwei, bitte. Richtig. Ja, ey. Bei Schauspielern kennen mich echt nicht so richtig gut aus. Das ist... Also ich glaube, Robert Redford ist älter als Richard Gere. Also ist er vor Richard Gere geboren. Aber er ist jünger als Marlon Brando, glaube ich. Ich würde Robert Redford mal auf die zwei setzen. Das stimmt. Dann nehme ich den Matt Damon. Ich denke, der ist jünger als der George Clooney und ein bisschen älter als der DiCaprio. Also Matt Damon auf die fünf, bitte. Das ist richtig. Das ist richtig. Aha, aha, aha. Wir haben eine Minute Zeit. Also wir haben eine Minute Zeit jetzt. Die Antwort zu geben. Die letzten 20 Sekunden werden immer angezeigt. Also El Pacino. Der hat doch in den 80ern auch in so Filmen mitgespielt. Der ist glaube ich älter. Also der ist auf jeden Fall mal vor Richard Gere geboren. Aber ich glaube nach Robert Redford. Bei den Jüngeren, da weiß ich das nicht so genau. Also El Pacino. Zwischen Robert Redford und Richard. Warte mal, warte mal, warte mal. Der ist älter als er. Also ich würde mal sagen. Noch 20 Sekunden hast du? Ja, El Pacino Offi 3. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Das ist richtig. Alright. Zwei Namen, acht Möglichkeiten. Ich nehme den Brad Pitt. Und ich glaube, dass auch der ein bisschen jünger ist als George Clooney. Also Brad Pitt auf die 6. Richtig? Das ist richtig. Boah, Tom Hanks, Leute. Was war das denn? Also der ist auf jeden Fall älter als Brad Pitt. Das ist schon mal klar. Das heißt, er ist vor Brad Pitt geboren. Er ist aber auch nach Richard Gere geboren. Ich kann das jetzt nur raten, aber ich meine, der gehört zwischen Richard Gere und George Clooney auf die 5. Ist mein Tipp. Und das ist korrekt. Yes. Das bedeutet in diesem Fall kein Punkt. Weder für Tobias noch für Stefan, denn die gesamte Liste ist korrekt gelöst worden. Es geht weiter. Und Stefan beginnt. Oh. Fußballvereine. Bayer Leverkusen, Bayern München, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg, FSV Mainz 05, Hamburger SV, Hannover 96 und der SC Freiburg. Sortiert diese Fußballvereine nach der Abschlusstabelle 2010, 2011 von oben nach unten. Es sind übrigens die Top 9 Vereine mit dem, den wir euch jetzt vorgeben. Und das ist Borussia Dortmund. Stefan. Jo, dann sag ich mal, vor Dortmund war keiner mehr, das kann man schon mal sagen. Der FC Bayern ist auf jeden Fall hinter Dortmund gewesen, also auf 2 würde ich die mal setzen. Also Bayern München auf 2. Ich mache die Abschlusstabelle von oben nach unten, auf jeden Fall sind die hinter Dortmund gewesen. Also du sagst Bayern München auf 2. Ja. Okay. Richtig. Gut, also Nürnberg war auf jeden Fall hinter den beiden, Nürnberg auf die 3. Korrekt. Boah ey Leute, jetzt wird es echt, da wird es echt total schwer für mich hier. Nürnberg. Mainz. Leverkusen. Denkt an die Zeit. Eine Minute. Ich glaube Leverkusen ist halt mal wieder Vizemeister geworden, wenn ich dich da nicht täusche. Bei den anderen bin ich mir echt nicht sicher. Ich meine, die Bayern wären dritter geworden in Leverkusen. Oder sind die Bayern noch zweiter geworden? Ich interessiere mich mehr fürs Tabellenende. 20 Sekunden noch für dich Stefan. Ich glaube Leverkusen war auf 2, mach mal auf 2, ich weiß es nicht. Noch 10, Bayer Leverkusen auf 2. Richtig. Jetzt hätte ich mal Fußball gucken sollen. Also ich glaube, dass Hamburg besser war als Nürnberg. Hamburg auf die 4. Das ist falsch. Ach Scheiße. Wir zeigen euch jetzt kurz mal die Abschlusstabelle 2010-2011. Da seht ihr es in der Liste fast am Ende der HSV und Nürnberg relativ weit oben. Das bedeutet ein Punkt in diesem Fall für Stefan. Weiter geht's. Ach komm. Feenrich, Feldwebel, gefreiter General, Leutnant, Major, Oberst, Unteroffizier. Tobias ist bei der Bundeswehr. Schauen wir, ob er auch sein Handwerk beherrscht. Die Frage lautet, sortiert diese Dienstgrade der Bundeswehr von hoch oben nach niedrig unten? Und wir geben euch folgenden Dienstgrad vor. Hauptsmann. Tobias beginnt. General, an die 1, bitte. Boah ey. Was ist das hin? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Warst du bei der Bundeswehr? Ja. Aber ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich war Oberst damals. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Kann auch Major gewesen sein. Ja, dann ordnet das Ganze doch mal zu. Hat zumindest der General zu mir gesagt, der im Rang unter mir stand. Boah Leute, jetzt muss ich echt ein bisschen raten hier. Also wo ich mir absolut sicher bin, ist, dass der Gefreite auf jeden Fall unter dem Hauptmann steht. Also auf der 3, da ist der Gefreite. Also Gefreiter auf die 3. Korrekt. Wenn du das nicht weißt, dann tust du mehr. Dann musst du ausgeschlossen werden aus der Bundeswehr. Dann kommt der Unteroffizier auch an die 3, bitte. Zwischen Hauptmann und Gefreiter. Richtig. Hauptmann. Hauptmann. Ja. Also auf jeden Fall ist der Major... Also der... Der... Der Oberst auf jeden Fall über dem Hauptmann. Das kann ich schon mal sagen. Also auf der 2. Da ist er irgendwo... Der Oberst. Stefan, du musst es ganz klar sagen, wo du wen hinsetzen möchtest. Das ist richtig in diesem Fall. Tobias. Dann nehme ich den Major an die 3, bitte. Korrekt. Boah. Jetzt wird es... Also ich glaube, der Leutnant ist auf jeden Fall mal über dem Hauptmann. Mein ich. Aber unter dem Major. Major. Leutnant Major. Major, Oberst Major. Da gab es immer so Zusammensetzungen. Ja. Der Leutnant... Major, Leutnant gibt es ja auch irgendwie sowas, ne? Oder Major, Oberst, General, Oberst, Oberst... Der Leutnant, ich sag mal, der Leutnant... Noch 20 Sekunden. Also ich meine... Ich muss da ein bisschen raten, aber ich glaube, der ist auf der 4. Also unter dem Major, aber über dem Hauptmann. Noch 10. Leutnant auf 4, bitte. Leutnant auf 4. Und das ist... Falsch. Wir lösen das Ganze auf. Der Leutnant ist noch unter dem Hauptmann. Tobias, das wäre unangenehm geworden. Hättest du das Spiel verloren. Du bekommst einen Punkt. Es steht 1 zu 1. Und hier ist die nächste Liste zum Sortieren. Es geht um Autos. Audi Quattro, BMW 3er, Citroën 2 CV, Mercedes A-Klasse, Opel Manta, Porsche 911, Smart und den Trabant. Sortiert diese Autos chronologisch nach ihrer Markteinführung. Von früh oben nach spät unten. Wir geben euch den VW Golf vor und Stefan beginnt. Scheiße. Boah. Ja, das Autos ist überhaupt nicht mein Thema. Das hast du bei allen anderen auch schon gesagt. Also der Trabant ist auf jeden Fall mal vor dem Golf ans Rollen gekommen. Deswegen setze ich mal auf die 1. Also früher ist der eigentlich hier vor. Das ist korrekt. Da muss man Citroën 2. Puh. Also später als der Golf ist auf jeden Fall die Mercedes A-Klasse. Andy 3 bitte. Machen wir. Das ist richtig. Ich meine auch der Smart ist doch glaube ich jünger als die A-Klasse. Also später eingeführt worden. Also 4. Ja. Richtig. Audi Quattro. Puh. Der Trabi, der Porsche 911er. Denk an deine Zeit. Naja. Also der Porsche ist glaube ich auch schon relativ... Den gibt es schon lange. Den nehme ich mal vor den Trabi an die 1. Und das ist falsch. Wir lösen das Ganze auf. Der Porsche 911er. Der Porsche kam nach dem Trabi. Ah echt? Hätte ich auch gedacht. Wahrscheinlich gab es einen anderen Porsche schon vor dem Trabi. Und das Smart war das jüngste Modell. Damit steht es 2 zu 1 für Stefan. Und wir machen direkt weiter. Jetzt geht es um Hits. Cotton Eye Joe. Dragostea Dintei. La Isla Bonita. My Heart Will Go On. Rivers of Babylon. The Wild Boys. Wannabe. Und Waterloo. Sortiert diese Hits chronologisch nach ihrer Nummer 1 Platzierung in Deutschland. Von früh oben nach spät unten. Elvis ist nicht zufällig dabei. Und wir geben euch einen Songtitel vor. Das ist Looking for Freedom. Und Tobias beginnt. David. Night Rider. Also, ja. Cotton Eye Joe war später. 2. Bitte. Richtig. Waterloo war früher, also eins. Korrekt. Tja, Waterloo, Rivers of Babylon, Wild Boys, da wird's knackig jetzt. La Isla Bonita, La Isla Bonita von der Madonna. Ich nehm' La Isla Bonita auf die drei, bitte. Und das ist falsch. Komm! Wir lösen das Ganze auf. La Isla Bonita vor Looking for Freedom 1987 und dann kam David Hasselhoff 1989. Damit steht es der 3 zu 1, genau. Für Stefan. Weiter geht's. Es geht um Boxklassen. Bantamgewicht, Federgewicht, Fliegengewicht, Halbschwergewicht, Halbwältergewicht, Leichtgewicht, Schwergewicht und Wältergewicht. Sortiert diese Boxklassen nach ihrem Gewicht von schwer oben nach leicht unten. Wir geben euch eine Gewichtsklasse vor, das Mittelgewicht und Stefan beginnt. Also das Schwergewicht ist schwerer als das Mittelgewicht. Das sagt ja schon mal der Name. Deswegen würde ich das Schwergewicht über das Mittelgewicht auf die 1 hier setzen. Das Schwergewicht ist auf jeden Fall mehr als Mittelgewicht. Schwergewicht. Also deutlich Schwergewicht auf die 1 sagst du? Das ist richtig. Das steig ich doch gleich ein. Dann sag ich mal das Leichtgewicht. Vermute ich leichter als das Mittelgewicht. Dann auf die 3 bitte. Ebenfalls richtig. Jetzt vermute ich mal, dass das Halbschwergewicht nicht ganz so schwer wie das Schwergewicht ist. Aber schwerer als das Mittelgewicht. Deswegen würde ich das mal... So funktioniert jedenfalls meine Logik. Das Halbschwergewicht ist noch nicht ganz so schwer wie das Schwergewicht. Das ist auf die 2. Das Halbschwergewicht ist leichter als das Mittelgewicht. Als das Schwergewicht. Sag es bitte ganz deutlich. Halbschwergewicht auf die 2 bitte. Ich vermute, dass das Federgewicht leichter ist als das Leichtgewicht. Deshalb Federgewicht auf die 5. Korrekt. Bei dem Fliegengewicht bin ich mir nicht sicher, ob das leichter ist als das Federgewicht. Im Fliegengewicht? Wenn ich eine Feder ohne Fliege vergleiche, ne? Dann würde ich sagen, dass die Fliege schwerer ist als die Feder. Ich meine auch beim Wältergewicht irgendwie sowas gehört zu haben. Das ist das Mittelgewicht. Wältergewicht. Boah. Noch 15 Sekunden. Scheiße, ich weiß es nicht. Mittelgewicht, Leichtgewicht, Wältergewicht. Wältergewicht an 4 bitte. Noch 5. Wältergewicht an 4. Und das ist korrekt. Nicht schlecht. Ruhe. Ruhe. Hier im Studio. Drei Begriffe, sieben Möglichkeiten. Tobias. Also mein Wältergewicht hätte ich nicht gewusst. Aber ich nehme jetzt mal an. Halbwältergewicht. Wahrscheinlich leichter als Wältergewicht. Fliegengewicht. Ich nehm halbwältergewicht auf die 5. Das stimmt. Also echt, so ne Feder, die wiegt nix. Und da fliegen, da hab ich schon Brummer gesehen, mein lieber Mann. Also wenn die einigermaßen mit Logik vorgehen, dann wiegt die Fliege mehr als die Feder. Aber ist natürlich leichter als leicht. Deswegen würde ich das Fliegengewicht auf die 7 setzen. Ich glaube es ist Fliegen und dann Federgewicht. Fliege, Fliegengewicht auf die 7. Und das ist falsch. Wir klären das Ganze mal auf. Also Fliegengewicht bis 51 Kilo, dann Bantamgewicht bis 54 Kilo, dann das Federgewicht bis 57 Kilo. Damit gibt es einen Punkt für Tobias. 3 zu 2. Hier ist die nächste Liste an Wörtern. Das wiege ich nach. Mach das. Aber konzentrier dich auf diese Wörter. Abwrackprämie, Besserwessi, Bundeskanzlerin, Fanmeile, Hartz IV, Multimedia, Rot-Grün und Teuro. Sortiert diese Wörter des Jahres chronologisch. Von früh oben nach spät unten. Wir geben euch folgendes Wort vor. Millennium. Und Tobias fängt an. Millennium. Wörter des Jahres. Wörter des Jahres. Schwierig natürlich. Also Abwrackprämie. Das war später. Auf die 2 bitte. Das stimmt. Stefan. Besser Wessi ist glaube ich früher als Millennium. Also 1. Richtig. Wird schon schwierig. Bundeskanzlerin auf die 3. 2. Richtig. Also Rot-Grün ist glaube ich, also Rot-Grün ist auf die 2. 2. Korrekt. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. Richtig. Also der Teuro ist, glaube ich, zwischen Millennium und Bundeskanzlerin. Zwei Jahre, acht Jahre, könnte knapp werden. Vier. Teuro, vier. Den Teuro auf vier. Richtig. Scheiße. Eieieiei. Multimedia. Bis jetzt falsch machen hat der Stefan gewonnen das Spiel. Noch nicht. Wenn er dann kommt. Dann steht es vier zu zwei. Harz, Harz. Wann war der Harz? Harz vier auf die fünf. Das stimmt. Das stimmt. Ach du Scheiße. Ja, aber das ist jetzt, das kann ich nur raten, das kann ich nur raten. Multimedia. Boah, seit wann gibt es denn Multimedia? Multimedia. Millennium. Boah, Millennium. Davor gab es schon Internet. Rot-Grün war schon irgendwie, boah, besser wäre es denn Multimedia. Also ich, 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 ich muss raten, äh, äh, Multimedia, weiß ich, wie lange habe ich denn noch? 20 Sekunden. Multimedia. 15. Bitte auf die drei. Mal raten. Multimedia auf die drei. Und das ist falsch. Wir lösen es auf. Multimedia wäre auf der zwei gewesen. Knapp daneben ist auch vorbei. Das bedeutet für den Punktestand Ausgleich. Drei zu drei. Und die nächste Frage seht ihr und sie zu Hause nach einem kurzen Spot. Spiel 10 heißt sortieren. Es steht 3 zu 3. Und hier kommt die nächste Liste für euch. Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Türkei. Sortiert diese Länder nach ihrer Einwohnerzahl von viel oben nach wenig unten. Wir geben euch Deutschland vor und Stefan beginnt. Uah, uah, uah. Also da ist schon mal, Österreich hat schon mal weniger Einwohner. als Deutschland. Also Österreich hat weniger. Und wenig ist da die zwei. Na? Richtig, Peter? Ja, stimmt. Schnapp mir mal die Polen. Die haben mehr als Österreich und weniger als Deutschland. Polen auf die zwei, bitte. Korrekt. Boah, Leute, da ist aber echt spannend, spannend. Die Türkei, die hat auch viele. Italien, Frankreich. Spanien. Ich glaube, die Türkei hat mehr als Polen. Ich glaube aber ein wenig weniger als Deutschland. Was bedeutet das? Also weniger als Deutschland, mehr als Polen ist zwei. Also sagst du die Türkei auf zwei. Sag's bitte klar. Ja, Türkei auf zwei. Glaube ich jedenfalls. Das stimmt. Ich glaube, Italien hat mehr Einwohner als Polen und weniger als die Türkei. Also Italien auf die drei, bitte. Das stimmt. Holland hat weniger als Polen. Aber ich glaube, Holland hat mehr als Österreich. Deswegen würde ich, also Niederlande, auf die fünf setzen. Würdest du oder machst du? Das mache ich. Das ist richtig. Sieben Möglichkeiten, drei Länder. Gut. Das kleinste ist Portugal. Ich nehme Portugal auf die fünf zwischen Polen und Niederlande. Das ist falsch. Portugal hat weniger Einwohner als die Niederlande. Wir lösen das Ganze auf. Da steht's. Deutschland, Türkei, Frankreich, unten Österreich, Portugal und dann die Niederlande. Das bedeutet, Stefan bekommt einen Punkt. Es steht vier zu drei. Matchball. Matchball für Stefan bei der nächsten Frage. Und hier kommen unsere Begriffe. Es handelt sich dabei um Spielfelder. American Football, Badminton, Basketball, Eishockey, Handsball, Squash, Tennis und Volleyball. Die Frage, sortiert diese Spielfelder nach ihrer Fläche von groß oben nach klein unten? Und wir geben euch wieder einen Namen, einen Begriff vor. Und das ist in diesem Fall Fußball. Es geht nicht Länge, Breite, Tralala, sondern Fläche. Fläche. Es geht um die Fläche. Und in diesem Fall fängt Tobias an. Ein Basketball auf die zwei. Bitte. Also das Basketballfeld ist kleiner als das Fußballfeld. Richtig. Also Squash ist auf jeden Fall kleiner als Basketball, also Murphy 3. Das ist korrekt. Tennis ist größer als Quash, kleiner als Basketball. Tennis auf die drei, bitte. Stimmt. Also Eishockey ist kleiner als Fußball, aber größer als Basketball. Auf die zwei, bitte. Eishockey. Damit hast du recht. Jetzt wird's schon schwieriger. Badminton ist, denke ich, kleiner als Tennis, größer als Squash. Also Badminton auf die fünf. Das stimmt ebenfalls. Boah, jetzt wird's eng. Basketball. Volleyball. Volleyball. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall kleiner als Basketball. Von der Fläche her stehen aber sechs Leute drauf. Was reden wir? Doppeltennis beim Tennis? Doppel? Die ganze Fläche mit dem Doppelfeld? Wir reden, wir sprechen vom Tennis. American Football. Handball. Ich glaube, American Football, das hab ich mal gesehen, ist größer als Fußball. Weil die immer hinter den Toren noch diese, das zählt ja mit zum Feld, diese Dropout-Zone, wie heißt das, diese Touchdown-Zone haben. Und die malen das immer, wenn man das im Fußballstadion mal gesehen hat, dann stehen die Tore etwa da. Stefan, denk an deine Zeit. Ja, ja, ja. American Football ist größer als Fußball. Also, wohin? Auf die Eins. Das ist falsch. Wir lösen das Ganze auf. Wir zeigen's. Das Fußballfeld hat eine Fläche von 7140 Quadratmetern. American Football nur 5320 Quadratmeter. Damit geht dieser Punkt an Tobias und es steht 4 zu 4. Jetzt kommen wir im Prinzip zur Entscheidung. Einer von euch beiden kann dieses Spiel für sich entscheiden. Und hier kommen die nächsten Elemente zum Sortieren. Es geht um Herrscher und Könige. Alexander der Große, Josef Stalin, Julius Cäsar, Kaiser Wilhelm der Zweite, Ludwig der Vierzehnte, Mao Zetung, Napoleon Bonaparte und Ramses der Zweite. Sortiert diese Herrscher und Könige nach ihrem Geburtsjahr. Von früh oben nach spät unten. Und wir geben euch vor, Katharina die Große und Stefan beginnt. Oh, Leute, Katharina die Große, russische, glaub ich, ne? Zarin. Da ist auf jeden Fall mal Josef Stalin später geboren. Ähm. Also ne, warte, ich hab noch ne bessere Idee. Na doch. Josef Stalin ist später als Katharina die Große. Da ist es doch klar. Also? Zwo. Josef Stalin zwei. Ja. Das stimmt. Gut aufgepasst. Der Julius Cäsar ist eins. Der ist früher geboren. Du hast recht. Leute, Leute, Leute. Jetzt wird's aber eng. Also Ramses der Zweite ist vor Julius Cäsar geboren. Und hier müsste ich mich schon schwer täuschen. Deine Zeit läuft ab. Ramses. Fünf, zehn Sekunden. Der Zweite ist vor Julius Cäsar. Cäsar war doch mit Kleopatra am Start. Zehn. Ramses auf die Eins, bitte. Das ist richtig. Fünf Möglichkeiten, fünf Namen. Tobias? Jetzt haben wir jetzt die Katharina die Große gut einschätzen könnte. Alexander, Alexander. Ludwig der Vierzehnte. Der Sonnenkönig war das, glaube ich. Katharina die Große. Scheiße. Kaiser Wilhelm. Alexander. Ich nehm den Ludwig auf die drei, bitte. Gut. Stimmt. Stimmt. Richtig. Also pass mal auf. Kaiser Wilhelm. Der hatte abgedankt. Da war der auch schon alt. Nach dem ersten Weltkrieg. Und dann kam ja erst Stalin. Der muss älter gewesen sein als Stalin. Ich glaube aber jünger als Katharina die Große. Kaiser Wilhelm. War zwischen Katharina der Großen und Josef Stalin. Ich glaube Kaiser Wilhelm der Zweite. Verdammt mich da nicht. Mit dem ersten Katharinen der Zweite. Neunzehund. 20 Sekunden noch. Kaiser Wilhelm auf die Fünf. Der verehrte von Stalin. Er ist vor Stalin geboren. Richtig. Yes. Tja, hätte ich in Geschichte auflassen sollen. Bist ja nur dreimal sitzen geblieben. Das Problem. Das ist das Problem. Alexander, Alexander. Alexander. Alexander der Große. Denk an deine Zeit. 20 Sekunden noch. Ich nehme den Alexander. Auf die zwei. Richtig. So jetzt wird's. Ruhe bitte. Also Mao Zedong. Er hat ja noch lange gemaggelt. Napoleon. Ist auf jeden Fall nach Ludwig. Katharina die Große. Hat die nicht sogar was mit Napoleon irgendwie am Start gehabt? Der wird sich schwer mit einer älteren abgegeben haben, oder? Also entweder Bonaparte. Mao Zedong bin ich mir nicht sicher. Der älter als Stalin war. 20 Sekunden. Ja. 15. Napoleon Bonaparte. Mach mal auf die Fünf. Ich bin mir nicht sicher. Das ist falsch. Ah! Damit ist das Spiel gewonnen. Tobias hat es geschafft. 5 zu 4. Und wir schauen uns den Punktestand an. Tobias hat Spiel 10 gewonnen. Jetzt steht es 33 zu 22. 45. Es trägt den wunderschönen Namen Spaghetti. Und dabei geht es nicht darum, wer am meisten Pasta verdrücken kann. Sondern um etwas völlig anderes. Und das zeige ich euch jetzt direkt. Kommt bitte mit mir mit. Hier vorne an diesen Tisch. Tobias stelle ich bitte an die rechte Seite. Stefan auf die linke. Es geht um Spaghetti. Der wackelt ganz schön. Der wackelt. Wir schauen mal. Ne, wir müssen ihn nun richtig hinstellen. So. Geht das besser? Können wir da irgendwie nochmal was drunter packen? Wie wackeln denn eine Rolle bei dem Spiel? Ja, wackeln ist vielleicht nicht so gut, wenn ihr die Hand ruhig gleich auf dem Tisch halten solltet. Wir machen das. Ich erkläre euch währenddessen die Regeln. Ja, ist alles gut. So, Stefan. Also, ich zeige euch jetzt kurz mal eine Spaghetti. Hier mit einer Markierung direkt in der Mitte. Tobias, vielleicht achtest du darauf und nicht auf den Tisch. Alles klar. Ist viel wichtiger. Das ist die Spaghetti. Eine Markierung in der Mitte. Ich lege sie hier oben auf diesen Tisch direkt dran. Ihr packt beide bitte eine Hand. eure Greifhand hinter diese kleine Markierung. Hier. Und dann geht es darum, dass auf ein akustisches Signal, das so klingt. Ihr beide versucht nach der Spaghetti zu greifen. Wer das längere Stück in der Hand hält, bekommt einen Punkt. Verstanden? Ist das Glück oder ist das... Oder die ganze Spaghetti. Ja. Also die ganze Spaghetti oder das längere Stück der Spaghetti in der Hand hält, bekommt den Punkt. Wie weit darf ich denn mit meiner Hand greifen? Ich kann ja auch so machen. Ja, wenn du das schnell genug schaffst, könntest du das gerne tun. Also theoretisch ist es möglich. Theoretischerweise kannst du alles machen. Ja, aber das... Also wenn du das machst, wenn wir beide so machen... Also, legt eure Hände direkt hier hinter. Das wird glaube ich nichts, ne? Also... So. Also, Tobias, vielen Dank. Legst du die Hand bitte dahinter? Du auch, Stefan? Ist das erlaubt? Hier einfach draufhauen? Ja, aber das nützt ja nichts. Also, ich erkläre euch das nochmal. Ihr beide versucht, die Spaghetti zu greifen. Wenn ihr die Spaghetti in der Hand haltet oder das längere Stück, bekommt den Punkt. Wenn du draufhast, nützt es ja nichts. Ja, wenn ich draufhau und die Spaghetti herziehen. Ja, aber du kannst einfach hier draufhauen und dann kannst du dem hier die Ecke abbrechen und dann hat er dann nur noch das kleinere Stück. Wir schauen mal, ob das in der Praxis auch wirklich funktioniert. Ja, ich weiß nicht. Wenn du es greifst, es funktioniert nicht. Sollen wir uns jetzt darauf einigen, ob man das so machen soll oder ob man das so macht? Wir einigen uns darauf, ihr sollt danach greifen. Okay? Ihr sollt danach greifen. Tobias, da kann nichts passieren. Ihr sollt nach der Spaghetti greifen. Einigen wir uns darauf. Also Hand hier. Hand dahinter. Bitte ablegen. Ruhig. Greift man vorher. Ist das ein Test jetzt? Ein Test jetzt? Nein. Flach drauflegen ist kein Test. Es geht direkt los. Solltet ihr vor dem akustischen Signal direkt nach der Spaghetti greifen, dann ist das ein Punkt für den Gegner. Ihr legt beide eure Hand flach. Wie heißt das? Was heißt flach? Flach ist so. Ich zeig euch das beide. So? Flach. So. Ja genau. Flach ist flach. Ich überprüfe das jedes Mal. Flach bitte Stefan. So ist flach. Tobias flach. Bei dir auch nicht flach. Nein, deswegen bin ich ja da. Also jetzt ist es flach oder? Jetzt ist es flach. Also flach. Beide flach. Achtet auf das akustische Signal. Wie viel Spaghetti gibt es denn? Es geht bis... Ist das jetzt eine Probe? Nein. Es gibt keine Probe. Es geht direkt los. Es geht bis fünf Punkte. Wer fünf Punkte hat, gewinnt das Spiel. Flach die Hand Tobias. Ich sage es noch ein letztes Mal. Ansonsten gibt es einen Punkt für den Gegner. Beide bitte darauf achten. Da bin ich sehr streng. Okay. Das akustische Signal kommt irgendwann, nachdem ich gesagt habe, los. Flach die Hände auf die Plätze. Fertig. Los. Sag mal, du hältst ja ein Stück in der Hand. Ja Moment, aber das längere... Du hast ja gar kein Stück Spaghetti in der Hand. Ich habe gewischt, aber die ist abgebracht. Ja. Aber du hast ja ein Stück in der Hand. Das ist dein Punkt. Also ich habe es eben gerade gesagt, ihr greift beide nach der Spaghetti. Es zählt das längere Stück, das in den Händen gehalten wird. So. Da liegt es wieder. Bis wieviel... Bis fünf habe ich gesagt. Beide Hände flach. Beide Hände flach. Der ist flach. Auf das Signal bitte hören. Ein Fehlversuch gibt einen Punkt für den Gegner. Und los geht's. Ja. Und Moment mal. Werden nachher die Stücke aneinandergelegt und wer das längste hat? Du kriegst da Punkte. 1 zu 1. Und er kriegt genauso viele Punkte wie ich, obwohl ich die ganze Spaghetti... Ja. Das ist so. Wir heben sie jetzt nur aus der Hand. 1 zu 1. Weiter geht's. Hände flach. Flach. Flach Tobias. Stefan flach. Beide flach bitte. Guck mal hier. Also das ist flach. Flach. Los geht's. Hier ist ein Stück Spaghetti. Ja. Ja. Punkt für Stefan. 2 zu 1. Also flach bitte. Ich sage es ein allerletztes Mal. Und kloppe mit Spaghetti. Beide flach. Tobias du auch. Flach ist flach. Also. Und los geht's. Nix. Nix. Und der Tisch ist fast kaputt. So wir stellen es nochmal hin. Das ist kein Punkt. Danke. Tobias ich mach das. Also es zählt nicht. Wenn man hier drauf haut. Die ist kaputt. Und dann krümelt man sich hier welche raus. Das zählt nicht oder? Nein das zählt nicht. So zahl mal ganz kurz Tobias. Kann ich ihm ein Pflaster geben? Ja einmal kurz ein Pflaster für Tobias. Weil das ist ja eine Möglichkeit. Hier drauf hauen. Knack. Und dann krümelt man sich ein Teil. Dann ist das ganze kaputt. Man muss das Ding in der Hand halten. Dass man sich beim Spaghetti Spiel die Hand kaputt machen kann. Ist auch interessant. Ich leg schon mal die nächste Spaghetti hier in die Mitte. Wir verarzten das ganz kurz einmal. Damit es kein Handicap gibt. Und du darfst. Tempo. Genau. Sag mal her. Alles gut? Ja ja. Ein Tempo und so ein Tape? Hat jemand so ein Tape? War das die Spaghetti? Ach du bist ja Bundeswehrarzt. Du kannst das ja im Prinzip hier. Ja jetzt zu hier die scharfe Kante. Kannst du das mit der Spaghetti. Wir tapen das mal zu. Es geht um eine Million Euro. Aber du kannst immer noch greifen. Das ist ja das allerwichtigste. Alles gut? Ja. Wunderbar. Hände hinter die Markierung. Leg das da einfach hin. Spaghetti liegt hier in der Mitte. Flach die Hände bitte beide. Und los geht's. Ja. Punkt für Stefan. Das ist ein Punkt für Stefan. Akustisches Signal. Ganz ganz wichtig. Okay. Damit steht es 3 zu 1. Ich habe es gesagt. Bitte auf das akustische Signal warten. Sonst ein Punkt für den Gegner. Hände wieder flach. Ansonsten gebe ich die Nudeln nicht frei. Weiter geht's. Ja. Eindeutig. Hände wieder flach. Flach Tobias. Los geht's. 1 2 1 2 3 1 moż Keiner von euch beiden? Kurz einen Schluck trinken, du auch, Tobias? Wunderbar, dann kommt schnell wieder zurück. So. Spaghetti liegt da. Hände bitte in Position. Wir haben hier auch Handtücher, wenn ihr Schwitzehände kriegt. Wenn ihr sagt, die Nudel fliegt euch aus der Hand, weil ihr so schwitzt. Hand flach wieder hinlegen. Weiter geht's. Yes! Zeig mal, du hast gar nichts. Ja. Du hast sogar zwei Stücken. Wunderbar. Das ist ein Punkt für Stefan. Es steht damit 4 zu 2 für Stefan. Erster Matchball. Denkt bitte dran, flach. Das ist nicht flach, Tobias. Wir müssen dann entweder, es ist die ganze Zeit flach. Ja, ihr müsst die ganze Zeit flach. Nein, ihr seid beide gleich. Ihr guckt da direkt drauf, Stefan. Und Tobias, bitte beide flach die Hände hinlegen. Und es geht los. Flach. Ja, ich mache das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Match point hier direkt Spaghetti lege ich hier in die mitte und ihr müsst bitte danach greifen nach dem hier ist hier schon ein bisschen ab So und jetzt das ist Perfekte spaghetti nicht abgebrochen in der mitte ist der punkt beide hände bitte flach hinter die markierung Flach tobias also wie als flach genau das stefan flach du bist gut Achtet wieder auf das akustische signal und dann greift ihr nach der spaghetti es geht jetzt los Tobias hat die spaghetti gegriffen damit steht es 4 zu 4 Match point für beide in spiel elf hände wieder flach egal ob genäht oder geklebt Guck mal die liegt da gar nicht drauf die hat Hand flach hand flach flach genau die fingerspitzen so Flach Stefan flach Tobias flach So ist sie flach So ist sie flach Los geht´s Los geht´s Flach Du darfst auch noch mal kurz ein stück wasser trinken wenn du willst brauchst du nicht So tut mir eingefallen flach heißt nicht nur am anfang sondern während des kompletten durchgangs bis das akustische signal ertönt dann dürft ihr nach der spaghetti greifen steht 4 zu 4 Match point für euch beide los geht´s Ja Tobias hat ein Stück in der hand Damit gewinnt er dieses spiel Es sind sogar zwei kleine stückchen Das bedeutet für den gesamtpunktestand folgendes Tobias führt mit 44 zu 22 Wir schauen uns einmal ganz kurz unsere torten grafik an nach elf spielen wurden somit 66 punkte gespielt offene punkte sind noch 54 Das bedeutet ist noch alles offen und wir schauen uns jetzt noch einmal eine slo-mo an des letzten zugreifens auf die spaghetti und Tobias freut sich Wir machen direkt weiter geht´s euren verletzungen gut Du auch Stefan Zieht ein bisschen aber Du hast ja selbst genäht selbst schuld So wir kommen zu spiel 12 Das heißt wo liegt was ich sag's euch immer ihr müsst das gar nicht lesen ich erkläre euch das immer gleich zusätzlich Setzt euch bitte auf eure stühle gesucht werden orte die in eine frage verpackt sind ihr seht auf euren monitoren eine deutschlandkarte ohne bundesländer grenzen bekommt kein spieler einen punkt Aber das ist fast unmöglich denn die karte ist ziemlich genau Wir machen das ganze mal an einem beispiel etwas deutlicher Ja Hier ist die frage Wo liegt das durch den fußballwettskandal berühmt und berüchtigt gewordene Café King Welche stadt wird gesucht Setzt euren punkt Und drückt auf Okay Ja Irgendwo Ist jetzt nur Spaß Was heißt Spaß ist ein beispiel Zum ausprobieren Spaß Gut Tobias welchen ort haben wir gesucht Ich hätte jetzt mal hier hamburg eingegeben Okay das café King liegt aber wo stefan Ich glaube in berlin In berlin und wir schauen uns jetzt mal an wo ihr eure pins gesetzt habt Das ist der von stefan das ist der von tobias Und wir haben berlin gesucht Und da steht tobias ist 244 kilometer entfernt mit seinem punkt Das wäre ein punkt in diesem fall Für stefan alles verstanden Ja Es geht bis fünf Und jetzt kommt hier In spiel zwölf unsere erste frage Wo liegt das schloss neu schwanstein Tobias hat sich eingeloggt Hast du schon? Ja Ich bin mir nicht so Hundertprozentig sicher Du kommst ja aus der gegend da Wo warst du? Regensburg? Ja das stimmt Also Sicher kann ich es dir natürlich nicht sagen Hundertprozentig weiß ich es nicht Aber so ungefähr Du musst deinen punkt umsetzen Und mit Und mit Okay bestätigen Du musst deinen punkt Ich bin nicht so Hundertprozentig sicher Ich bin nicht so Entscheide dich Aber wenn ich einmal auf okay bin Kann ich nicht mehr ändern Oder? Bist du raus Du kannst korrigieren Bevor du okay drückst Ja ich sag mal ungefähr So Stefan Jetzt geht es Ja ungefähr Okay Du hast das ganze bestätigt Wir haben welchen Ort gesucht? Ja das ist ja in der Nähe von Füssen irgendwo Ja das ist richtig Schwangau im Allgäu Wir schauen uns an Wo ihr eure Pins gesetzt habt Aber ich bin ja nicht sicher wo Füssen so genau ist Da ist der von Stefan Da ist der von Tobias Und da ist Schwangau im Allgäu Und das zeigt Stefan ist näher dran Damit einen Punkt für Stefan Wir spielen nicht bis 5 Sondern bis 4 Warum das denn jetzt? Das ist so Weil wir Wie viel Uhr ist es überhaupt? Es ist mittlerweile Kurz vor 1 Oh dann muss ich weg Tschüss Stefan setz dich bitte hin Hier kommt die zweite Frage Wo treffen sich A1 und A2? Bitte markiert den Punkt auf der Deutschlandkarte Die A1 und die A2 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 Ich habe ehrlich gesagt auch keine Spitzen an, nur in etwa. Muss ich raten. Setzt den Punkt und bestätigt den mit OK. Tobias hat eingeloggt. Stefan ebenfalls. Wir haben welchen Ort gesucht? Ich weiß es nicht. Das Kamener Kreuz. Dort treffen die A1 und die A2 aufeinander. Hier sind eure Pins. Ich bin fast zu weit im Norden. Einmal der von Stefan, der von Tobias und hier ist Kamen. Das zeigt, Stefan ist weiter weg, Tobias näher dran. 30 Kilometer Unterschied, 1 zu 1. Das ist alles absolut korrekt. Hier kommt Frage 3. Wo liegt die höchste Erhebung des Kaiserstuhls? Tja. Kaiserstuhl, Kaiserstuhl. 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 Und es geht nicht um richtig oder falsch, sondern wer näher dran ist, denkt dran. Kaiserstuhl. Und ich brauche langsam, aber sicher eine Antwort von euch. Tobias hat sie gegeben. ja, . Ich bin mir nicht sicher, Kaiserstuhl. Stefan, setz bitte deinen PIN. Ich brauch bitte eine Antwort jetzt. Boah Leute, was ist denn der Kaiserstuhl? Ich muss, ich bin mir nicht sicher, ich muss ein bisschen raten. Ja, dann rate und drück OK. Da hast du's gemacht. Wir haben den Totenkopf gesucht. 556 Meter ist er hoch in Baden-Württemberg. Wir schauen uns die PINs an. Hier ist der von Stefan, der von Tobias. Und dort liegt der Totenkopf. Was? Der zweite Punkt für Stefan. Äh, der zweite Punkt für Tobias. Was hast du gesagt? Baden-Württemberg? Nein. Baden-Württemberg? Achso, ich hab nach Nürnberg verstanden. Baden-Württemberg hab ich gesagt. Hier kommt die nächste Frage. In welcher Stadt hat das Bundeskriminalamt seinen Hauptsitz? Welcher Ort wird gesucht? In welcher Stadt hat das Bundeskriminalamt seinen Hauptsitz? Was? Wo war das denn noch? Bitte setzt eure PINs. Und bestätigt das Ganze mit OK. Okay. Tobias hat's gemacht. Tja Leute, wo war das denn noch? Stefan? Becker. Lock dich bitte ein. Das Ganze mit OK bestätigen. Und zwar jetzt. Du hast es gemacht. Welche Stadt haben wir gesucht, Tobias? Ich bin so im Kreis Bonn. Was sagst du, Stefan? Ich meine Wiesbaden. Wiesbaden ist es. Wiesbaden ist richtig scheiße. Wir schauen uns die PINs an. Wiesbaden ist Wiesbaden. Stefan, Tobias und Wiesbaden. Das ist Stefans Punkt. 2-2. Die nächste Frage. Wo mündet die Aller in die Weser? Welchen Ort suchen wir? Es geht um eine Million Euro. Heute bei Schlag den Raab. Und wir sind immer noch live. Es ist keine Wiederholung, die gerade läuft. Es geht schon ein ganzes Stück. Wo mündet die Aller in die Weser? Bitte setzt eure PINs jetzt. Tobias und Stefan. Ich brauche einen PIN. Das ist der von Tobias. Und jetzt kommt sicherlich auch direkt Stefan. Bestätige das Ganze bitte. Und du hast es bestätigt. Ich habe keine Ahnung. Wir haben den Ort Pferden in Niedersachsen gesucht. Und wir schauen uns eure PINs an. Das ist der von Stefan. Von Tobias. Und da liegt Pferden. Yes! Oh, komm! Ihr hattet beide, keine Ahnung, habt aber beide relativ nahe den PIN gesetzt. Sieben Kilometer Unterschied, damit ein Punkt für Stefan. Und Matchpoint. Hier kommt die nächste Frage. Deine Verletzung ist okay? Ja, das stimmt. Wunderbar. Hier ist die nächste Frage. Wo finden seit 1952 die Karl-Mai-Festspiele statt? Wo läuft Winnetou mit Old Shatterhand die ganze Zeit rum? Es gibt zwei Orte, wo Karl-Mai-Festspiele stattfinden. Aber seit 1952, da gibt es nur einen Ort. Ja. Und den suchen wir. Shit, echt. Es ist Zeit. Bitte einloggen. Mit OK bestätigen. Ich will draten, leider. Tobias hat sich eingeloggt. Stefan tut das jetzt auch. Und zwar bitte jetzt. Mit OK bestätigen. Bitte mit OK bestätigen, Stefan. Du hast es getan. Wir haben Bad Segeberg in Schleswig-Holstein gesucht. Hier sind eure Pins. Und das bedeutet Folgendes. Stefan da. Tobias da. Und Stefan ist näher dran. Damit gewinnt Stefan. Und bekommt 12 Punkte und wir schauen uns an, was das bedeutet. Damit liegt Tobias immer noch mit 10 Punkten in Führung. Aber Stefan holt auf. Drei Spiele verbleiben noch. Und wir machen direkt weiter mit Spiel 13. Das Nagelduell. Und weil ihr beiden so gerne mit euren Händen auf Dinge raufschlagt und euch verletzt, machen wir da direkt weiter. Sehr gut. Jetzt haben wir aber einen Experten dabei, der ganz genau aufpasst, dass ihr euch nicht wehtut. Und zwar ist das der Zimmermeister. Alfred Klein. Schönen guten Abend. Alfred, stell dich an meine Seite. Tobias und Stefan, wir erklären euch das Ganze. Ihr schlagt abwechselnd auf diesen Nagel, den Alfred jetzt einmal kurz in der Mitte platziert. Schlagt den einmal kurz rein, Alfred. So, dass wir uns das angucken können. So. Da ist er. Fest. Und zwar mit diesem Hammer mit der breiten Seite. Wer den Nagel versenkt, gewinnt den Durchgang. Wenn der Nagel mit dem insgesamt elften Schlag nicht versenkt wurde, verliert derjenige, der begonnen hat. Also der, der den ersten Schlag macht, macht logischerweise auch den letzten. Wat, 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 wat? Also, es geht darum, den Nagel... Junge, es ist 1 Uhr morgens. Ich weiß, deswegen erzähl ich es ja nochmal. Also, es geht darum, den Nagel zu versenken. Wir wollen natürlich, dass ihr hier taktische Mätzchen nicht die ganze Zeit durchspielt. Also wir schlagen abwechselnd, oder was? Ihr schlagt abwechselnd. Ach so. Der erste, der anfängt, macht auch logischerweise den elften Schlag. Ihr schlagt beide abwechselnd auf diesen Nagel, auf denselben. Ja? Es geht bis drei Punkte. Das heißt, wer als erster von euch drei Durchgänge gewonnen hat, gewinnt auch dieses Spiel. Und Alfred erklärt euch ganz kurz noch einmal, was als Schlag gezählt wird. Moment, ich... Ganz kurz, ich erkläre es dir nochmal. Hör einmal ganz kurz bei Alfred zu und dann sage ich dir nochmal. Dieses gilt als Schlag. Daneben gilt auch als Schlag. Das ebenfalls. Okay. Also, es gibt elf Schläge, der elfte ist der letzte. Also, wenn ich vorher so ziele, wenn ich den hier drauf lege und dann... Das war schon ein Schlag. Da hast du einen Punkt. Bitte was? Wenn du ihn versenkst, mit einem Schlag hast du einen Punkt. Wenn du ihn reindrücken, versenkst, ist ein Punkt. Genau. Aber ich verstehe doch nicht, wenn ich angefangen habe, dann verliere ich, wenn ich zum Schluss nicht rein haue. Genau. Ist logisch. Wer anfängt, hat sechs Schläge. Wer hinterher, zieht fünf. Genau. Ihr spielt abwechselnd. Auf den gleichen Nagel schlagt ihr ein. Und Alfred bestimmt jetzt, wer von euch beiden gewinnt. Hast du eine Münze, Arni? Du hast keine Münze? Wer anfängt? Genau. Wer anfängt? Du hast mich da ganz auf deine Zugang. Nee, komm, lass Alfred entscheiden, wer gewinnt. Achso, er hat... Stefan. Nein, nein. Du lässt aber heute nichts umversuchen. Ja, es ist 1 Uhr nachts. Ich wollte natürlich sagen, wer beginnt nicht, wer gewinnt. Ah, okay. Hier ist die Münze. So. Tobias, welche Farbe hättest du gerne? Blau. 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 Rot. Stefan fängt an. Das heißt, mit dem ersten Schlag beginnst du, Tobias, komm bitte vom Podest runter. Gib Stefan seinen Platz. Wenn der Nagel schief ist, dann versucht natürlich Alfred den gerade zu biegen. Wenn er nicht mehr bespielbar ist, hat derjenige, der den Krumm geschlagen hat, verloren. Der 11. Schlag. Was heißt denn überhaupt versenken? Versenken? Das heißt, dass der Kopf komplett weg ist. Der Klopf. Wenn der jetzt, der Kopf aufliegt schon, aber noch eine leichte Erhabenheit zeigt es nicht, Das heißt nicht versenken. Und das bestimmst du, oder was? Genau. Alfred ist ja Zimmermeister. Wie man sehen kann. Vorsicht, ich habe auch einen Hammer. Gut. Stefan. Du fängst an. Steven. Danke. Das heißt, ich muss zum Schluss versenken, sonst hab ich verlor. Genau. Komisch, komische Sachen. So, das ist also ein erster vorsichtiger Schlag von Rabe. So, Stefan, komm bitte runter. So, beide etwas gehandicapten. Die Schlagenden immer alleine auf dem Podest. Immer mit der Ruhe. Geht das bei dir, oder musst du das nochmal? Es geht, es geht. Es wird also taktiert. Auch der noch relativ sanft. Der zweite Schlag. Zwei. 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 Ja. Also ab wann traut man sich zu, den mit einem ordentlichen Bums zu versenken. Wohl dem, der oft Abregie gemacht hat. Drei. Drei. Drei, drei. So, jetzt kommt der vierte und der Nagel steht noch weit raus. So, Tobias, immer am besten runter, bitte. Nummer fünf. Das war der fünfte Schlag. Also beide tasten sich so ein bisschen ran. Also wie gesagt, da geht es natürlich auch um die Taktik. Was traut man dem Gegner zu? Was traut man sich selbst zu? Wann kann man... Stopp! Das waren zwei Schläge. Das bedeutet in diesem Fall, dass du disqualifiziert wirst für den Durchgang und den hat Stefan gewonnen. Wir haben es anfangs gesagt. Tut uns leid. Eins zu null in diesem Fall für Stefan. Versenken wir den. Bitte, Stefan. Nächsten Ansetzen. Damit fängst du an. Okay, so jetzt fängt er an und er muss, wenn der zum Schluss nach Elf schlägt noch nicht versenkt ist, kriege ich den Punkt. Genau. Das sind strenge Regeln, ich habe es am Anfang gesagt. Ich denke dann, wer berührt den Nagel. Es ist ein Schlag. Das war der. Ja. So, der steht auch noch so. Das wird der Alfred alles immer richtig beurteilen. Komm bitte runter, Tobias. Dass man ihn gut treffen kann. Kein Grund, den gerade zu setzen. Er darf nicht mehr als 30 Grad geneigt sein, der Nagel. Dann würde Alfred hier eingreifen. Scheiße. Drei, oder? Das war der dritte. Ja. Stefan, bitte die Hand durch die Schlaufe. Bitte was? Die Hand durch die Schlaufe. Die Hand selbstverständlich durch die Schlaufe. Auch wenn es schwer fällt. Absolut. Trotz Verletzung. Vierter Schlag. Noch sehr sanft. Also er lockt den Tobias noch, für den es hier um eine Million Euro geht. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es interessant. Das ist jetzt so ein Bereich, das ist durchaus machbar. Riskiert das oder was tut er? Oh, ganz sanft. Traut sich das noch nicht zu. Runter bitte, Stefan. Und jetzt ist die Frage, was macht Tobias? Hat er das Vertrauen? Das war der sechste Schlag. Also Nummer sieben. Auch noch sanft. Also das ist sehr interessant jetzt. Also wer versucht als erstes zu versenken? Rahm noch nicht. Der achte. Jetzt kommt Nummer neun. Schon wieder runter? Das ist der vorletzte für ihn. So. So. Riskiert Rahm jetzt den Versuch oder macht das wieder leicht und überlässt? Jetzt kommt der zehnte. Das ist dein letzter. So. Und jetzt muss er es mit Krawumms machen. Das ist ja die einzige Chance. Der Tobias noch eine Chance. Wenn er den versenkt, gewinnt er diesen Durchgang. Er schafft es nicht. Punkt Rahm. Punkt für Stefan. Das ist der zweite Punkt für Stefan. Das ist natürlich das Problem, dass man dann, wenn man unter diesem Druck ist, dann muss man natürlich mit viel Schmackes da draufhauen und die Gefahr, dass man dann den Nagel verfehlt, wir haben das gerade eindrucksvoll gesehen, ist groß. Also es geht auf vielen Taktiken. Der erste, der drei Punkte erreicht, der gewinnt. Das ist der dritte Durchgang. Dann geht's los. Stefan führt 2 zu 0. Auf Alfreds Kommando geht's los. Bitte. Ja? Ja, ist okay. Äh, ist ja gut. So, da hat er jetzt schon ordentlich was reingetrieben in den Hackstock. Wenn du ihn jetzt direkt versenkt, hast du gewonnen. Komm noch mal bitte runter vom Protest. Blut, Schweiß und Tränen bei dieser Schlag den Rathausgabe. Richtig. Das ist jetzt der dritte. Schweiß haben wir gehabt, Blut haben wir gehabt. Und eine Million im Jackpot für Tobias. Gewinnt Rahm diesen Durchgang beim Nageln. Gehen die Punkte an ihn. Fünfter Schlag. So, jetzt wird's dann wieder, jetzt sind wir wieder im interessanten Bereich. Sechster Schlag insgesamt, Tobias. Locker. So, was macht Stefan? Wohin hat er in ähnlicher Situation noch ganz leicht? Wie wieder? Siebter Schlag. Siebter Schlag, das heißt sieben, acht. Nach acht kommt neun. Neun, zehn, elf. Ich hab noch drei Schläge, ne? So, Tobias. So, Tobias. Erst in die eigene Hand nehmen oder auf Rahm hoffen? Das ist der achte Schlag. Das ist jetzt der achte. Dein vorletzter. Ich meine, ich kann dir nichts passieren, ja. Der vorletzte Schlag von Rahm. Er hat diesen neunten und er hat dann eventuell noch den hälften, wenn nicht vorher versenkt wird. So, und... Er muss das selbst entscheiden. Er spielt hier um die... Wir reden von richtig versenkt, ne? Ja, klar. So, jetzt kommen die Mätzchen und jetzt ist Rahm unter Druck. Wir sind wieder an dem Punkt, er muss versenken, sonst geht der Punkt an Tobias und er würde auf 1 zu 2 verpürzen. Ja, klar. Ich mach aber nur mit einer. Oder mit Hand und Fuß. Fuck! Boah, stopp, 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 stopp. So, jetzt ist der Nagel weg, aber das war ein bisschen spät. Der ist versenkt, aber leider etwas zu spät. Genau, Tobias bekommt er mit dem Punkt. Es steht 2 zu 1 für Stefan. Beide bewerben sich hier nicht intensiv um den Titel Zimmermann des Jahres, aber darum geht es auch hier heute Abend nicht. So, Tobias beginnt. Also, jetzt geht die Taktiererei von vorne los. 2 zu 1 für Rahm beim Nageln. Ja, auch Tobias ist da angeschlagen vom Spaghetti-Spiel. Ja, Rahm sieht sich natürlich da jetzt wieder im Vorteil, dass eventuell der entscheidende Elfte, das haben wir jetzt schon häufiger erlebt, bei Tobias liegt. Ganz leicht von Rahm. Er lässt das Heft des Handelns bei Tobias. So wie es bisher gelaufen ist beim Nageln, wäre es die richtige Entscheidung. Aber Tobias macht jetzt Druck. Sechster Schlag. Ja, bleibt defensiv. Siebter Schlag, Tobias. Da ist nicht viel passiert. Obwohl er etwas Druck hintergebracht hat. Jetzt kommt der achter Schlag. Und er macht es wieder ganz leicht. Also er lässt es bei Tobias. Eine Million Euro. Der ist weg. So, das war mal eine Antwort mit Schmackes von Tobias. Perfekt versenkt. Damit steht es 2 zu 2. Der nächste Nagel entscheidet und Stefan beginnt. So, und wir haben gesehen, dass das nicht ein Nachteil sein muss, wenn man beginnt. Sagst du Bescheid? Ist in Ordnung. Okay. Start. Auch so ein Psycho-Spiel hier. Wo sind wir? Zweiter Schlag. Was? Jetzt kommt der dritte. So, jetzt geht es dann langsam wieder in den interessanten Bereich. Wir haben gesehen, was Tobias drauf hat. Aber er taktiert noch. Was war das jetzt? Es kommt der fünfte Schlag. Deinen fünften. Oder beziehungsweise der fünfte, nicht dein fünfter. Jetzt sind wir nah an dem Bereich, wo Tobias vorhin versenkt hat. Tobias, wenn du nur ganz leicht schlägst, aufs Rücksicht auf deine Hand, dann kannst du die Schlaufe sparen. Dann ziehst du die Wunde jetzt mal wieder auf. Wenn du kräftig zuschlagen willst, Schlaufe. Siebter Schlag, Raab. Dann muss ich es vorher schon überlegen. Sieben, acht, neun. Wollen wir das jetzt weiter? Du hast den siebten. Das ist der siebte. Den neunten, den elf. Den neunten, den elf. Drei Stücke. Okay. Alle ungeraden Zahlen. So. Jetzt der achte. Tobias. Das haben wir gerade schon mal gesehen, aber er lässt sich nicht drauf ein. Er will Raab hier unter Druck setzen. Was macht der jetzt? Das ist der neunte Schlag. Das ist jetzt der neunte. Kann den versenken. Und jetzt schauen wir mal, Tobias, was macht er. Ja, angesichts dessen, was Raab hier bisher genagelt hat, keine ganz schlechte Entscheidung. Letzter Versuch. Dieser Schlag entscheidet übernagelnd. Bitte Ruhe im Studio. Ruhe. Das ist der elfte und letzte Schlag. Das ist echt die Höhe. Wenn man auswürt, desto... Das ist echt die Höhe, man auswürt, desto... Ich bin oben aufwürt. Jaaa! Wahnsinn! Jaaa! 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 Wahnsinn! Folgendes. Ja! Setz euch bitte hin. Stefan führt mit 47 zu 44. Somit ist das nächste Spiel ein Matchballspiel. Moment, Moment, Moment. Wie für euch beide nicht? Koffer packen heißt es und es ist ein Matchballspiel für Stefan. Genau. Damit könntest du... Das ist das 14. Das heißt ich hätte 61 Punkte wenn ich gewinne. 61 Punkte wenn du es gewinnen solltest. Wir schauen uns noch mal ganz kurz hier an. Wie es steht. Tobias 44, Stefan 47. Derjenige der gewinnt bekommt 14 Punkte. Entweder 58 bei Tobias oder 61 bei Stefan. Und ihr kommt jetzt bitte mit nach vorne. Ihr habt eben gehört wie es heißt. Wir nennen es Koffer packen. Und ihr setzt euch bitte hier direkt in die Stühle rein. Da kannst du ein bisschen entspannen. Und ich erkläre euch die Regeln. Jeder Spieler muss immer einen neuen Begriff in den Koffer packen. Wer dran ist, muss den gesamten Kofferinhalt in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Und dann einen weiteren Gegenstand hinzufügen. Das heißt aus diesem Kartenspiel, das vor euch liegt, ziehen, deutlich aufsagen und mir die Karte geben. Die Aufzählung beginnt immer mit folgendem Satz. Ich packe meine Koffer und nehme mit. Wenn ich das falsch sage, was ist dann? Also du solltest das auf jeden Fall auf die Reihe kommen. Wenn ich sage, ich packe meinen Koffer und nehme mit, dann ist das kein Disqualifikationsgrund. Das ist ja, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Wenn ich sage, ich packe meine Koffer und nehme mit, das ist kein Disqualifikationsgrund. Das ist in diesem Fall nicht schlimm. Du solltest die Begriffe, die danach kommen, korrekt nennen. Ich nenne euch kurz ein Beispiel. Wenn ihr eine Karte zieht und da steht Regenschirm drauf, ist es ein Regenschirm. Kein Sonnenschirm, kein Schirm, sondern ein Regenschirm. Bitte also ganz korrekt aufsagen, es gibt eine Zeitbegrenzung pro Durchgang. Es beginnt mit 20 Sekunden und es kommen immer wieder 5 Sekunden mit jedem weiteren Begriff dazu. Wer als erster von euch beiden einen Fehler macht oder das Zeitlimit überschreitet, hat das Spiel verloren. Und somit gewinnt dann der Gegner dieses Spiel. Gibt es noch Fragen? Tobias, Stefan, jetzt ist die Möglichkeit, danach nicht mehr. Wir ziehen immer eine Klatte und den Begriff müssen wir dann nennen. Wir erfinden keine selber und so. Ich packe meinen Koffer und dann geht es immer abwechselnd. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ich nehme meinen Koffer und nehme mit. Und wir entscheiden, wer beginnt natürlich wieder mit der Münze. Tobias, du suchst dir die Farbe aus. Und sobald man ein Ding falsch macht, ist das Spiel verloren. Ist sofort zu Ende und wir sind extrem streng. Merkt euch das. Auch um 1.15 Uhr Sonntagmorgens. Tobias, welche Farbe? Blau. Blau. Oh, ich habe das die ganze Zeit immer geübt in der Generalprobe. Und das war schon eine Katastrophe. Können wir das zeigen? So, was ist es denn? Es ist rot. Das heißt, ich fang an? Du fängst an. Mann, Mann, Mann. Ich war auch schon mal besser. So. Also, du fängst den Satz an mit, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und nennst mir den ersten Begriff. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. einen Kleiderständer. Jetzt bin ich dran. Ich packe meine Koffer und nehme mit einen Kleiderständer. Und einen Hammer. Karte, bitte mir geben. Stefan, denk an die Zeit. 20 Sekunden. 15. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Einen Kleiderständer. Einen Hammer. 15. Und einen Notizblock. Ich packe meine Koffer und nehme mit. Einen Kleiderständer. Einen Hammer. Einen Notizblock. Und eine Hose. Kleiderständer. Kleiderständer. Und eine Hose. Und einen Kochtopf. Ich packe meinen Koffer. Und nehme mit. Einen Kleiderständer. Einen Hammer. Einen Notizblock. Eine Hose. Und einen Kochtopf. Ich packe meine Koffer und nehme mit. Kleiderständer. Einen Hammer. Einen Notizblock. Einen Hose. Einen Kochtopf. Und eine Mundharmonika. Stefan, immer die Karte zum Schluss nehmen, bitte. 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 Immer die Karte erst aufsagen, dann die Karte zum Schluss, bitte nehmen. Ah, okay. Ich packe meine Koffer. Ich packe meine Koffer. Nehme mit. Einen Kleiderständer. Einen Hammer. Einen Notizblock. Eine Hose. Einen Kochtopf. Einen Mundharmonika. Und eine Flasche. Ich packe meine Koffer und nehme mit. Einen Kleiderständer. Einen Hammer. Einen Notizblock. Eine Hose. Einen Kochtopf. Eine Mundharmonika. Und eine Flasche. Und eine Saftpresse. Karte erst am Ende. Ja, okay. Ich packe meine Koffer. Ich nehme mit. Einen Kleiderständer. Einen Hammer. Einen Notizblock. Eine Hose. Einen Kochtopf. Eine Mundharmonika. Eine Flasche. Eine Saftpresse. Und einen Schraubenzieher. Ich packe meine Koffer und nehme mit. Kleiderstang. Hammer. Notizblock. Hose. Das war falsch. Ja! Ja! Da gibt es einen Gewinner heute. Ja! Ja! Stefan hat es geschafft. Wir lösen das Ganze kurz auf. Tobias. Es war der Kleiderschrank, den du genannt hast. Das hilft dir jetzt nicht. Aber echt. Das war Hammer. Nicht der Kleiderständer. Scheiße. Nicht der Kleiderständer. Es wäre der Kleiderständer gewesen. Echt. Hammer. Super gekämpft. Meine Damen und Herren. Stefan Raab hat es heute Abend geschafft. Und damit haben wir in der nächsten Sendung 1,5 Millionen Euro. Echt Hammer gekämpft. Bereit stehen. Für Tobias. Echt.